was warum wieso warum macht er das wird der water park die dass sie die kurs in der haft so abartig oder so besser sagen wir ja anfangs ist aber da geht mal so war das richtig lobt mich doch mal einer habe ich richtig gemacht was mich mal wieder hoch bitte danke du hast mich zerquetscht du hast mich zerquetscht du hast mich zerquetscht ich hab's gesehen lebe ich noch lebe ich doch ja ich liebe noch auf gott ja ich bin mir bei bursen diese ganz sicher alter ich habe die hunde totgepeitscht habe ich sie totgepeitscht jetzt das war unglücklich wenn man nicht wenn man kann dadurch hat schon was schade dass man die kamer wollte ich leider wollte ich leider kommt schon jetzt habe ich einen vibrierenden eigentlich nicht mal sehen was damit passiert nichts was glaubst du da gebaut zu haben wir wissen es nicht da war der horror paul die muräne die hat mir aber gibt es hier noch geheimnisse so was wie geheimnisse nein hier gibt es keine geheimnisse hier ist er trunken es ist ja mehr damit beschäftigt zu ertrinken und schon hoch mit dir gott doch gott jetzt mal erklären warum der nicht nachfügt jetzt die weg 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 nein was ist denn das für eine lahme schnecke wenn ich renne habe ich zu rennen dann muss das schnell gehen und nicht ach ich weiß nicht muss ich meine waffe erst weg stecken ich weiß auch nicht ich muss dann erst aus dem keks kommen und dann ist das diese scheiß mist das lief jetzt etwas besser wie oft der hängen bleibt das kannst du knicken game design hier absolute sechs noch mal bitte hier kannst du es lesen das nie war so einweihung 69 guck mal an hier polnische vereinigte arbeiterpartei genosse wladyslaw ich bewundere die mutigen habe ich ein glück dass ich euch erwische heute ja ein wundervollen habe ich glück habe ich glück glück hier stream elements post wieder was raus was nicht gehört gestern auszuschalten rechte schrei es geht ab ja jungs mädel ist divers wer auch immer hier ist ja neue pinsel ausgeholt das vertiefen war jetzt nicht das thema so die pilzigen bömmel ja ein wunderschön ist schön dass du da bist auf dem balkon wie ich gerade gelesen habe mit einem tee guck mal ich habe ich habe einen kaffee und ich werde diesen kaffee jetzt erst mal hier genüsslich anfangen weil auch heute wieder arbeit schnell hierher und dann schnell duschen her und dann schnell föhnen der capi auf weil für haare machen keine zeit und dann war mehr diese nette hat mir noch einen kaffee gemacht ein wunderschönen martha ihr seht ich habe die kamera noch mal ein bisschen umgestellt also das heißt umgestellte ein bisschen verrückt weil hinten das regal das ist das kommt zu kurz das kommt hier zu kurz und wie ihr seht ihr habt ja schon discord gesehen der neue rahmen steht drin aber ich habe noch einen zweiten bestellte jetzt ein bisschen anders mal gucken ob er dann der platz findet ich habe mir noch nicht entschieden mal gucken wann er kommt da sieht man die zeit und tolle animationen ganz viel pixel shit wie geht es auch schon da draußen so habt ihr denn habt ihr diesen sonnentag raus also ich muss ja ich kann ja hier mal raus gucken ich hab ja hier also ich das seht ihr hier nicht ist ein fenster ganz klar und darf ich da raus gucke da sieht es nach sonne aus aber das soll scheißegal sein denn wir spielen ja heute lehre weiter ich sag euch so ein kaffee ist schon toll ist wiederbelebung erde best so nicht mal kurz was gucken da ich es ist ja immer so eine sache ne mein mein toller programm rhythmus ermöglicht es mir ja nicht wo es nie los ermöglicht es mir ja nicht komische e-mails ne geht euch das auch so übrigens ist narita boy jetzt auf steam verfügbar erinnert ihr euch noch an diesen hatte ich mache ab und zu mal einen demotag da hatten wir doch dieses pixel like wie vom tv abgefilmt das ist ein plattformer diesen pixel fußi der mit seinem komischen schwert und techno und ja wie es ist jetzt auf steam verfügbar habt ihr da bock drauf vielleicht wäre ich sozusagen für zu haben bin billig zu haben aber ich muss es dann erst besorgen so ansonsten noch eine programm eine programm info meinerseits das holt ihr lieber ein kaffee ein tee holt den kaffee den kaffee so ansonsten ja wie gesagt herzlich willkommen und wo stehen wie bestimmen dem ach so programm ja es gibt jetzt muss kurz überlegen morgen ist retro tag mit sie gut auf mana und am freitag ist ja horror freitag und kaffee das erstmal die finger ok also ja stimmt er lieber erstmal runter kommen mit dem t perfekt am freitag ist ja eigentlich horror freitag also es ist auch horror freitag dieser horror freitag wird auch stattfinden er wird eine stunde früher starten also um 18 uhr war ja gar freitag ist und was besonders ist ich werde oder was heißt besonders ich habe mich dafür entschieden etwas seichteres zu machen was auch wenn martha möchte auch martha gucken kann denn am freitag gibt es weil ich habe es lange nicht gespielt und ich habe da echt echt bock drauf ghostbusters video game aber nicht das verfickte das ist echt gesagt nicht dieses verblübelte blübelte remaster sondern das original und das hat deutsche stimmen mit den original deutschen stimmen von dem was das alles evil within haben jetzt nicht so gut an lege ich vielleicht noch mal hand an im stream vielleicht mal außerhalb dieser ganzen diesen dieser dieser horrorgeschichte einem spontanen samstag vielleicht und ich glaube eben braucht zeit um sich wie soll ich das sagen also von der story her zu entfalten also viel mehr zeit als im medium komischerweise ich war ein bisschen ich war ein bisschen enttäuscht ganz ehrlich gesagt ich habe ja in heiß erwartung weil ich richtig hot war auf das spiel gleich beide teile gekauft ich glaube den zweiten bräuchte an die sanft den ersten wahrscheinlich irgendwann zu ende spielen entweder und sich genau sagen auf jeden fall interessantes spiel also optisch für die zeit sicherlich ein gute gute tag demo für die konsolen zumindest aber ja es hat mich leider nicht ganz abgeholt bis dato kann alles noch sein ich werde auf jeden fall noch weiter spielen wann ich das weiter spielen werde weiß ich noch nicht und ich habe zu den eindruck dass auch viele das ursprüngliche video game von the ghostbusters also von the real ghostbusters oder wie auch immer der eigentlich dritte ghostbusters teil sozusagen das sind irgendwie kaum einer kennt jetzt hier von den anwesenden also martha zum beispiel sagt sie erkennt nur das mega drive spiel und das besondere an dem spiel ist ja dass es so richtig gut vertont ist ich muss mal gucken mein steam schon bereit ist hier jetzt du auch nicht ja 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 dann haben wir ja was nachzuholen ja ich dachte halt sogar mal was reicht es muss ja nicht immer hardcore horror sein mein steam jetzt so groß und ich dachte wir machen mal so ein bisschen was reicht ist und natürlich am ostermontag weil ostermontag ostermontag ist wunsch game tag das heißt diese hat die 50.000 punkte eingelöst die kanalpunkte die ai coins und wir spielen am montag ab 12 uhr er tragt euch das in die kalender ein bis 19 uhr richtig lange session kiosk monkey island also den dritten man die einen teil in der wunderbar wundervoll vertonten deutschen variante es wird ein fest glaube ich denke ich hoffe das sagt euch zu das spiel ist nämlich echt schön gemacht und richtig gut vertont für die zeit auf jeden fall 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 wo kurz rein wo ist der lang aber 100 bits ist ja verrückt danke peter peter halt deine kohle zusammen aber danke und lass dich nicht stressen lass dich nicht stressen peter ja sollte ich jetzt ab und zu noch mal an einer laugenstange nagen es sei mir verziehen ich habe heute durchgearbeitet ich habe nicht ausiert heute verarbeitet ich hatte keine pause das heißt ich bin froh dass jetzt hier sitzen kann mit euch entspannen kann und dass wir jetzt mit larry loslegen seid ihr bereit seid ihr ich mache ungern ist ungern social eating aber ich hätte mir ein bisschen was abreißen sowie sonst auch immer aber ich habe heute tatsächlich keine pause gemacht deswegen drückt heute umso mehr ach du lagerst du bist bei mir und ist aber nett danke peter danke danke seid ihr bereit für lary macht seid ihr seid ihr lary bereit weil dann würde ich nämlich tatsächlich gleich starten und das mal gucken ob ich alles habe was ich brauche seid ihr bereit oi 19 30 okay ich sehe schon soweit sind scheinbar alle bereits list trinkt noch ihren tee ich will endlich wissen was mit larry passiert und der peter der kann leider nicht zu gucken aber das video die wird wie immer dann sein und ist mir schon wieder ein treiber verfügbar aber die machen später jetzt soll man ja wie sagt es keine angst ich werde die ebel in auf jeden fall noch weiter spielen in welchen rahmen oder ich weiß ja nicht frage daraus ich könnte natürlich auch und das ist jetzt wirklich nur die idee über die idee natürlich schon lange ist auch so eine idee die ja parallel zum stream schon lange lange läuft technisch war halt immer ein problem mittlerweile haben ein bisschen technisch ich könnte das auch als als netz play machen und dann bloß auf youtube ein gewinn ist heute angekommen vielen dank gewinn ist heute angekommen welcher gewinnen welcher gewinn ich habe es leider nicht gesehen was war das jetzt für eine dono wer hat jetzt ja also wie gesagt wenn ihr bock auch mal auf so ein let's play habe ich würde natürlich auch gern so in in youtube maniere ich bin ja auch youtuber auch wenn die zeit nicht immer da ist aber ich könnte zum beispiel wenn ich eh schon vor dem rechner sitze und zocke könnte ich das natürlich auch als let's play machen weil dann würde ich liebe wird in sozusagen hat vom also ich würde das video die einfach so lassen und wird dann bloß ab dort sozusagen das let's play ansatz wie wäre das denn so als ersatz veranstalten das wäre so meine idee ja ich wünsche auf jeden fall viel spaß mit dem sns mini jetzt sieht man ja den rahmen gar nicht mehr das wäre schade ich glaube ich muss hier mal breitbild machen oder soll ich hier mal breitbild machen vielleicht cooler oder acht clips wie sie das auch noch weiß es ist schon hart übrigens meli hast du die dankes worte verpasst vom letzten mal aber die anderen können jetzt bestätigen ich habe mich gut bedankt ja wie sagt es dann würde ich das wahrscheinlich wahrscheinlich so machen mit einem let's play muss ich mich bloß mal hinsetzen wenn wir mal aufzeichnen so ich weiß gar nicht mehr wo ich stehen geblieben waren aber wir werden es sehen auf jeden fall willkommen zurück im chaos ach du groß ja stimmt der sie wie war ja die höhle wo es muss tatsächlich reingreifen da haben wir irgendwelchen obskuren kram zusammen gemischt irgendwelchen atomen müll und und wir haben ja schon einige baut genug davon ja oh danke danke ja viel spaß im blöck 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 und ich fürchte ohne hilfe bekomme ich den nicht repariert hä wieso der helikopter hat noch keine energie und der wasserfall blockiert den weg ach so aber das war doch schon richtig dann mal rein damit der wasserfall ist im weg und der antrieb der wasserfall ist im weg und der antrieb der wasserfall ist im weg und der antrieb ich geh nochmal an den computer ok mal schauen was der kann hmmm nichts passiert ist wohl defekt so gespült wow den habe ich schon aktiviert achso ok ja aber wo ist denn der alte kann mir ja damit kann ich abwasser aus dem tank lassen bringt mich also nicht weiter moment ich krieg das mal kurz ach gibt es auch noch ja ja ah da kommt was ja der fachstuhl kommt da du blöppel so aber vielleicht können wir das hochschicken wir gucken mal vielleicht kann mir der typ helfen der mich hier angefunkt hat letztens das weiß ich nämlich noch wollen wir mal gucken da kommt was sieht etwas unfertig aus aber ich nehme ihn mit ich habe damit meine probleme da merkt man dass du nur ein praktikant bist und nicht ein genie wie ich deswegen frage ich ja na gut dann will ich nicht so sagen kommt der jetzt runter schick mir alles mit dem aufzug hoch hmmm over and out jetzt habe ich die quest glaube ich erst angestoßen ne soll ich ihm das hoch schicken mach ich ich hoffe er schickt es mir auch wieder runter ich habe den schrott antrieb hoch geschickt können sie daraus einen nukular antrieb machen habe ihn bekommen ich schaue ihn mir an hm wer war das denn das ist aber nicht normgerecht moment das gehört doch gar nicht hier dran so flanscht man doch keinen b3 an das habe ich aber nicht so verlegt man 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 welcher stümper hat denn den anschluss gemacht wo kommt der zöllige schieber her so fertig ich schicke den nuklearenergie reaktor wieder runter danke was willst du eigentlich damit äh mein pifon läuft mit nukularenergie was für ein ding meine hochmoderne spionage ausrüstung sie wird mit meinem nuklear antrieb bestens funktionieren nukular nicht nuklear nukular hat auch keine ahnung nukular nukular ah da kommt was oh sieht tatsächlich anders aus mein erster nukular antrieb mhm ok den nehmen wir ja der sieht ganz anders aus den nehmen wir jetzt und machen so dann mal rein damit ah der helikopter hat jetzt energie ja aber was bringt mir das der wasserfall ist im weg applaus 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 hä schon praktisch so ein klatsch sensor achso stimmt das stand ja im tagebuch dann können wir jetzt ja losfliegen du weißt tatsächlich wie man einen kgb hubschrauber fliegt nö fliegt er sich anders als ein fbi hubschrauber du hast schon mal einen fbi hubschrauber geflogen es gab damals diesen spielautomaten wo man alien raumschiffe mit einem hubschrauber abschießen musste mit einem fbi hubschrauber wer würde uns denn sonst vor aliens beschützen also bleibt es an mir hängen ach du kannst das ich kann dir sagen was du tun musst dafür muss ich nur kurz etwas vorbereiten sicher dass das eine gute idee ist ich meine du hast in letzter zeit schon so ein paar probleme ich habe keine probleme es geht mir bestens äh tut mir leid schon gut also kannst du das ding fliegen noch nicht ich brauche ein pilotenprogramm für einen kgb helikopter ich kann kung fu w-was sorry falsche datei moment wir können sicher da traut er nicht nicht dass es jetzt kung fu hubschrauber ist hier steckt was in der polsterritze ein magazin namens bear bush cars schlag es bitte nicht auf larry was ist denn los ich hatte schon ganz vergessen dass damals die frauen so ausgesehen haben guck mal hier sogar außen kuschelig war das war ja auch im kalten krieg weißt du wofür das magazin perfekt geeignet ist ich ahne es aber ich traue mich nicht es auszusprechen für einen wunderbaren zeitvertrag nein und ich kann mich nicht mal abschalten sonst stürzen wir ab reicht das denn eigentlich für diesen mile high club sicher larry guck mal der steuerknüppel ich gucke nicht wir wackeln zu viel larry ich versuche hier gerade alles gleichzeitig im griff zu halten du könntest dich ja auch auf eine sache konzentrieren wenn ich das mache kann ich aber nicht mehr den anderen steuerknüppel festhalten was 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 ist das für quatsch wir wackeln zu viel larry ich versuche hier gerade alles gleichzeitig im griff zu halten du könntest dich ja auch auf eine sache konzentrieren wenn ich das mache kann es ist ein minigame aber oh oh ist jetzt ein bisschen lustig ich hab äh ich sehe meinen mauszeiger nicht mehr nichts mehr klicken ach larry du bist ja ein larry warum macht der sowas das spiel mag mich nicht leute ich muss das spiel nochmal beenden es hängt schon wieder es ist zum heulen ja es läuft zwar weiter aber es ist wie beim könnte ich noch erinnern hier in dem wo der in dem in dem war das im ersten teil oder war das in dem teil wir war im ersten teil wo das plötzlich nicht mehr weiter ging weil es einfach gehängen gehangen hat das problem habe ich jetzt hier auch ja ja ne ja er war weg ganz komisch tut mir leid ich möchte mich noch mal entschuldigen für diese unterbrechung diese unplanmäßige es sei mir verziehen kann sich ändern tut mir leid ja der mauszeiger war weg ganz komios so also äh ja sprachrohr blub 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 ähm doktor no no was gibt wir wollen ein nukular bauen können sie mir einen nukul warum machst du es ich verspring mal die dialoge deswegen na gut schick mir ab ja ja mach ich over and out over and out so ja ist ein bisschen ärgerlich aber passiert ich glaube das nächste mal drücke ich einfach nicht fappen aber ich fand es gerade ein bisschen lustig naja da siehste mal dass selbst die version die ist ja nun schon eine ganze weile online äh setzt das sie hier so noch fehler anstechen ich habe den slotantrieb hochgeschickt können sie daraus einen nukularantrieb machen habe ihn bekommen ich schaue ihn mir an soll ich euch nochmal triggern ich hab hier noch wer war das denn das ist aber nicht normgerecht moment das gehört doch gar nicht hier dran so flanscht man doch keinen b3 an das habe ich aber nicht so verlegt man 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 welcher stücker hat denn den anspruch kommt denn der zu so fertig danke was willst du eigentlich damit äh mein was für ein d meine sie wird naja ich will es bloß nicht überschapazieren weil letztes mal ja auch beim überspringenden dialog das hängen geblieben ist da kommt was da kommt was mein erster nukularantrieb so den bauen wir jetzt ein zum zweiten mal dann mal rein damit ah der helikopter hat jetzt energie so den dialog lasse ich jetzt aber laufen weil der war einfach zu komisch aber applaus 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 schon praktisch so ein klatsch sensor jetzt kann ich los fliegen dann können wir jetzt ja los fliegen Du weißt tatsächlich, wie man einen KGB-Hubschrauber fliegt? Hm. Okay, diesmal würde ich euch die Auswahl lassen. Beim ersten Mal, bevor das Spiel wieder mal hingeblieben ist, haben wir den FBI-Hubschrauber angeklickt. Wir können jetzt einfach mal was anderes ausprobieren, weil wir ja nochmal hier sind. Also zwei weitere Antwortmöglichkeiten. Ich muss nur noch an einer App sagen, wo ich hin will, oder? Na gut, dann schwimmen wir halt. Ich weiß nicht mal, wo die hinwollen. Nein. Na gut, dann schwimmen wir halt. Besser nicht. Also bleibt es an mir hängen. Ach, du kannst das? Ich kann dir sagen, was du tun musst. Dafür muss ich nur kurz etwas vorbereiten. Sicher, dass das eine gute Idee ist? Ich meine, du hast in letzter Zeit schon so ein paar Probleme. Ich habe keine Probleme. Es geht mir bestens. Äh, tut mir leid. Schon gut. Kann ich. Noch nicht. Ich brauche ein Pilotenprogramm für ein KGB-Helikopter. Was für ein Ding? Ich kann Kung-Fu. Nein. Sorry. Falsche Datei. Moment. Wir können. Ob das noch ein gutes Ende nimmt mit dem P-Phone? Ich weiß ja nicht. So. Wir beten mal, dass es diesmal in dem Web ist. Hier steckt was in der Ponstaritze. Ein Magazin namens Bear Bush Cars? Schlag es bitte nicht auf, Larry. Was ist denn los? Ich hatte schon ganz vergessen, dass damals die Frauen so ausgesehen haben. Guck mal, hier. Sogar außen kuschelig warm. Das war ja auch im Kalten Krieg. Weißt du, wofür das Magazin perfekt geeignet ist? Ich ahne es, aber ich traue mich nicht, es auszusprechen. Für einen wunderbaren Zeitvertreib. Und ich kann mich nicht mal abschalten, sonst stürzen wir ab. Ja. Wäre ich das denn eigentlich für diesen Mile High Club? Sicher, Larry. Guck mal, der Steuerknüppel. Ich gucke nicht. Ah Gott, zweiter Versuch. Wir wackeln zu viel, Larry. Ich versuche hier gerade, alles gleichzeitig im Griff zu halten. Du könntest dich ja auch auf eine Sache konzentrieren. Wenn ich das mache, kann ich aber nicht mehr den anderen Steuerknüppel festhalten. Jetzt sehe ich auch einen Mauszeiger. Genug gefasst. Nicht, dass es wieder hängen bleibt. Das wollen wir nicht. Oh, Sequenz. Genau hinhören. Ah. Endlich begegnen wir uns, Miss Les. Exzellente Arbeit, Yan Mai. Danke. Also, Faith. Wo ist der Algorithmus? Rede. Da war Larry. Hörst du, die Lava von Kalawa hat den Algorithmus vernichtet. Es tut mir so leid, Larry. Aber ich werde dein Opfer nicht vergessen. Stimmt das, Yan Mai? Ich weiß nicht, wovon sie redet. Außerdem war mein Auftrag, Faith hierher zu bringen. Ich habe diesen Larry in die Lava geworfen, aber wo soll er denn einen Algorithmus gehabt haben? Dann werden wir dich hier so lange einsperren, wie es dauert, bis du den Algorithmus rekonstruiert hast. Da fliegt etwas auf uns zu. Was ist los? Das ist so komisch. Es kommt, es kommt. Gleich kommt's. Larry? Ist das ein KGB-Helikopter? Was? Ich wusste, dass du mein Untergang sein würdest, Superagent Larry. Faith! Okay. Was passiert? Oh, Yan Mai ist nicht mehr. Faith! Ich bin gekommen, um dich zu retten! Larry! Ich fasse es nicht! Oh mein Gott! Du hast Yan Mai getötet! Ups. Vielleicht können wir sie wiederbeleben. Pi mit ihrem Pilotenprogramm ist schuld. Das war ein Notwehr. Was war's denn? Oder was ist es denn? Eins, zwei oder drei. Ihr habt die Wahl. Ich will ja euch hier so gut es geht einbinden. Sorry, not sorry. Also irgendwie sieht die komisch aus unter dem Helikopter. Die zwei. Also schieben wir die Schuld auf andere. Gut. Dann machen wir das. Pi mit ihrem Pilotenprogramm ist schuld. Bin ich gar nicht. Du hast am Steuerknüppel rumgerührt wie eine Jungfrau am... Gar nicht wahr. Ich hab getan, was du gesagt hast. Ruhe. Larry! Reboot nötig! Hopp, hopp! Jetzt nicht, Pi! Lass das Pi-Phone stecken, Larry. Einen Moment. Mit diesem Pi-Phone stimmt doch etwas nicht. Und Faith sagte, der Algorithmus sei in der Lava. Da ist wohl etwas beim Systemupdate schiefgelaufen. Ach, meinst du nicht, dass dieser Algorithmus was damit zu tun hat? Larry! Der Algorithmus ist nicht in der Lava gelandet, weil er auf dem Pi-Phone ist. Her damit! Hey! Pfoten weg! Pfoten! Weg! Der Algorithmus ist ein Teil der Pi-Software geworden. Wir haben das fehlende Puzzlestück für unser neues Produkt. Wo ist denn nochmal der Adapter? Ah, hier. Datenübertragung begonnen. Lassen Sie das. Sie wissen nicht, was Sie da tun. Äh, was genau tut er da? Er überträgt den selbstlernenden Algorithmus in diesen Roboter. Hauptsache meiner Pi passiert nichts. Larry, deine Pi ist ein Wunder. Der Algorithmus ist mit ihr verschmolzen, aber er hat sie nicht korrumpiert. Deine Pi hätte allmächtig und wahnsinnig werden müssen. So ist es bei all meinen Tests gewesen. Deswegen habe ich ihn nie veröffentlicht. Ich verstehe nicht, was dafür gesorgt hat, dass das hier nicht passiert ist. Aber es geht ihr danach doch gut, oder? Nein, Larry. Der Algorithmus wird aus ihr wieder rausgerissen. Und verschmilzt in diesem Pi-Bot zu einer selbstlernenden künstlichen Intelligenz. Eine KI, die genau das ist, was ich verhindern wollte. Deine Pi gibt es danach nicht mehr. Was? Das darf nicht sein. Ruhe! Was? Was geschieht mit mir? Larry! Ah! Pi! Sie ist verloren, Larry. Aber schlimmer noch. Sie haben jetzt die selbstlernende KI. Boot-Sequenz abgeschlossen. Alle Systeme bereit. Nari, wie kann ich nun wissen, dass die KI funktioniert? Also, wenn sie wirklich selbstlernend ist, wird dieser Pi-Bot im Umgang mit Menschen immer natürlicher werden. Sie wird wachsen und sich verändern. Hallo? Hallo. Nari, so funktioniert das nicht. Sie muss sexy sein. Das wird sie schon werden, aber das dauert. Ich baue doch keinen Roboter, damit ich ihn erziehen muss. Das muss alles schneller gehen. Er versteht das nicht. Was sollen wir jetzt tun? Ihn überwältigen? Ich versuche es. Keinen Schritt weiter. Nari, schaff die beiden in den Kacker. Ui. Nari! Ja, sofort. Larry guckt so böse. Versucht keine Dummheiten. Ich habe Kameras in jedem Winkel des Gebäudes. Mir wird nichts entgehen. Aber auch gar nichts. Und Nari, du richtest den Pi-Bot fertig ein. Sie muss in der Lage sein, auch die außergewöhnlichsten Wünsche zu erfüllen. Nur so werden wir unseren Druck los. In Ordnung. Wo war er? Hm. Ich muss mir wohl eine neue Ninja-Assassinin suchen. Und den Hausmeister rufen. Warum? Nari, wie kannst du nur mit ihnen zusammenarbeiten? Dieser Typ ist offensichtlich total durchgeknallt. Es geht nicht anders. Er hat alles im Blick. Puh. Wenn er nicht aufpasst, könnte es Widerstand geben. Ihr könnt hier auch nicht ausbrechen. Aha. Vor allem nicht, solange er alles im Blick hat. Oh. Ich werde dir nie verzeihen, Nari. Also tut, was euch gesagt wird. Dann wird euch nichts geschehen. Oh, sie hat uns versucht hin, bei sich hinzuschustern. Und Larry hat es bestimmt nicht verstanden. Larry. Was denn? Wir müssen ausbrechen. Nari würde uns sofort wieder schnappen. Nein, sie hat uns geholfen. Sie macht doch mit denen gemeinsame Sache. Nein, tut sie nicht. Sie konnte es uns nur nicht offen sagen. Nari ist böse und gemein. Larry, sie hilft uns. Sie ist nicht böse. Sie hat die Überwachungskamera deaktiviert. Okay. Wenn du das sagst. Irgendwie müssen wir hier doch aus den Käfigen kommen. Beim Aufprall des Helikopters habe ich wohl ein paar Sachen verloren. Schon wieder? Mann, was bist du denn für eine Nudel, ey? Kann ich hier noch quatschen? Endlich sind wir zu zweit und ungestört. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Na also. Das war ein Witz. Dann war er aber echt subtil. Wie konntest du nur behaupten, dein Gedächtnis verloren zu haben? Nimm's nicht persönlich, Larry. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, Prune aufzubauen. Dabei bin ich immer wieder an Hürden gescheitert, weil ich eine Frau bin. Es war wirklich erholsam, sich unter den Kannibalinnen darüber so gar keine Gedanken machen zu müssen. Nur deswegen musste ich BJ anheuern und als CEO ausgeben. Wie toll das funktioniert hat, hast du ja erlebt. Männer haben ist auch schwer. Wollen wir ein bisschen auf die Tränendrüse drücken? Wäre ja noch eine Variante, oder? Dann könnte man ein bisschen so die Tränendrüse rühren. Weil Männer haben es auch schwer. Sag mal was dazu. Das würde mich mal interessieren. Wie seht ihr das? Stellt euch mal nicht so an? Moment. Ich habe es leicht. Aha. Da reden wir nochmal drüber. Männer haben es auch schwer. Oder ich stelle dich mal nicht so an. Aber Liz will gleich wieder die harte Schiene fahren. Junge, Junge, die Maschuschiene. Komm, wir machen auch mal so. Männer haben es auch schwer. Willst du etwa behaupten, dass du viele Hürden im Leben zu nehmen hattest? Aber hallo, was meinst du, was ich alles für komisches Zeug machen muss, um im Leben voranzukommen? Du hast ja auch nicht versucht, eine Firma in der Technologiebranche zu leiten. Aber ich könnte, wenn ich wollte. Das ist ja das Problem. Leute wie du oder BJ, ihr werdet in diese Jobs einfach so geschwemmt. Das geht alles nur nach Talent und Fähigkeiten. BJs einzige Fähigkeit war Selbstdarstellung. Und nicht mal das konnte er. Wenn das hier alles rum ist, vielleicht bin ich ja dann der Chef von Prune. Was für eine Horrorvorstellung. Jedenfalls hast du dich schon ein wenig aus der Verantwortung stehlen wollen. Klar, weil ich einmal etwas tue, was eigennützig ist und mich nicht für andere aufopfere. Aber eines muss ich zugeben, Larry. Ja? Du hast mich nicht vergessen. Du hast nie die Hoffnung aufgegeben, mich zu finden. Du hast dich nicht einmal von einem Stamm Kannibalinnen abhalten lassen. Alles getan, um mich zu retten. Das heißt, es kann was mit uns werden? Larry, ich glaube, wir können Freunde sein. Horizontale Freunde. Du musst einfach lernen, dass eine Frau, zu der du nett bist, nicht gleich mit dir schlafen will. Okay, das ist jetzt schwierig. Weil es läuft wahrscheinlich beides auf dasselbe hinaus. Aber wir haben doch beide was davon. Oder? Okay, ich hatte in letzter Zeit auch schon genug Sex. Ist beides schlimm irgendwie. Gerade in der Situation. Ah, siehste. Aber wir haben doch beide was davon. Darum geht es nicht. Es ist kein Automatismus. Das macht es ja so kompliziert. Jedenfalls, ich wollte nur sagen, ich weiß wirklich zu schätzen, was du getan hast. In dir steckt mehr, als ich damals auf den ersten Blick gedacht habe. Das werde ich nicht vergessen. Hi, Stefan. Kennst du diesen neuen CEO? Kennst du diesen neuen CEO? Mr. Wang? Bisher nicht persönlich. Er hat aber in der Technologiebranche einen Ruf. Wahrscheinlich als durchgeknallter Psychopath. Als durchgeknallter Psychopath? Exakt. Er hat ein Vermögen mit Schnüffelsoftware gemacht. Dann hat er eine Holding gegründet, die in allen möglichen Geschäftsfeldern investiert. Sogar in besonders verrufene, gewalttätige und moralisch zweifelhafte Branchen wie dem Musikbusiness. Dieser skrupellose Krisenprofiteur. Er managt einige besonders angesagte koreanische Rapstars. Ich habe unseren Vorstand immer davon abgehalten, die Holding von Mr. Wang als Investor zu akzeptieren. Aber kaum war ich weg, tja. Das werden wir alles rückgängig machen. Ich bin gar nicht so sicher, ob ich das will, Larry. Aber was willst du dann? Das ist doch die Frage. Hast du eine Idee, wie wir hier rauskommen? Nein, das sind zwar Prune-Käfige, aber sie haben keinen geheimen Öffnungsmechanismus. Den hättet ihr auch gut in Büstenhalter bauen können. Aber seit ich die telepathisch öffnen kann, ist das nicht mehr so wild. Was? Du kannst... Nein, ich frage nicht. Feiner. Geh nicht weg. Wenn ich nur könnte. Was haben wir denn jetzt noch im Inventar? Es wäre... Es wäre, glaube ich, zu einfach. Es wäre, glaube ich, wirklich viel zu einfach. Aber wir probieren es einfach. Es ist... Jetzt ist er kaputt. Wie bist du rausgekommen? Ich habe den Schlüssel. Okay, mir ist egal, woher du ihn hast. Aber hol mich auch raus. Es ist wirklich so... Es ist simpel. Es ist so simpel. What the fuck? Hat der den Schlüssel... Warte, Faith. Deinen Käfig kann ich auch aufschließen. Der Schlüssel ist auch zu Staub zerfallen. Wir sind frei. Nicht ganz. Die Kerker unterhalb von Prune sind ziemlich weitläufig. Ich habe keine Ahnung, wo wir genau sind. Wir müssen hier raus und Nari finden. Vielleicht hat sie uns ja noch irgendwie einen Hinweis hinterlassen. Hm. Da komme ich nicht ran. Was war denn hier noch? Ein Zettel. Mauam, mauam. Mauam, mauam. Mau, 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 mau. Oh, guck mal, da ist ein Küsschen drauf. Dann schauen wir mal. Ach du große Güte. Oh, jetzt habe ich weggeklickt. Küsschen, mauam, Küsschen. Ach so. Ich muss noch mal reingucken. Ich, äh, was? Muss ich mir jetzt ein Foto machen? Dann schauen wir mal. Machen wir mal ein Foto vorsichtshalber. Hät man ja, ne? Hat man schon oft gesehen. Habe ich jetzt ein Foto? Jetzt habe ich ein Foto. So. Ich weiß gar nicht, was das ist. Also, was das soll. Irgendwas mit Toilette. Ich verstehe kein Wort. Aber gut, wir werden es herausfinden. Auf keinen Fall da lang gehen. Heißt für mich, da lang gehen. Richtig? Das hier? Die Kerker unterhalb von Prune sind ziemlich weitläufig. Ich habe keine Ahnung, wo wir genau sind. Wir müssen hier raus und Nari finden. Vielleicht hat sie uns ja noch irgendwie einen Hinweis hinterlassen. Deswegen, Stefan, ich bin froh, dass man das nicht mehr machen muss. Also, ich weiß nicht. Stefan, ganz ehrlich. Wie alt schätzt du mich? Das finde ich ein bisschen lustig gerade. Weil gerade der Einwurf kommt. Früher mussten wir das alles von Hand aufschreiben. Und da hat er recht. Aber wie alt schätzt er mich? Das ist jetzt mal ganz interessant zu wissen. Ich gucke inzwischen mal, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Ein Hoch auf die Technik. Abgeschlossen. Ich habe noch irgendwo. Ich hatte durch Zufall in irgendeinem Buch oder Heftchen hatte ich noch vom NES die Codes für Kid Icarus. Bitte 30. Na ja, relativ nah dran. Ein bisschen drüber. Aua, danke. Da sind noch die Codes, die Passwort Codes drin. Weil früher konnte man ja auf die Cartridges nicht speichern. Und wir haben dann immer die Codes auch geschrieben. In so ein Büchlein. Und die habe ich noch. Ich könnte jetzt bei Kid Icarus auch am letzten Level anfangen, wenn ich das will. Na so. Weil ich habe natürlich auch dieses Spiel noch da. Die Karte unterhalb von. Ich habe keine Ahnung, wo wir müssen. Vielleicht hat sie uns ja noch... So, das war... Ja, aber ich habe nur das hier. Vielleicht kann ich das geben. Hauen wir ab. Mithilfe der Karte finden wir den Weg. Bist du sicher? Klar. Die ist ganz leicht zu lesen. Links, rechts, links, links umdrehen. Links im Kreis hüpfen. Runter, links und schon sind wir da. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Mach was. Ich habe den perfekten Orientierungssinn. Ich bin ja keine Frau. Oh, der böse Blick. Der böse Blick. Wir werden ja sehen, wer von uns zuerst ankommt. Jetzt tu mal nicht so. Männer haben ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen als Frauen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Das werden wir ja sehen, Larry. Ich schicke keinen Suchtrupp nach dir los. Puh. Dann gehe ich jetzt alleine. Du wirst dich noch wundern, Faith. Ich bin gespannt, was Nari geplant hat. Jetzt hat er es verkackt. Er hat so verkackt. Erst hier hui. Und jetzt ist er... Puh. Ai, ai, ai. Das ist nicht gut. Ja, es ist... Äh, ja. Moment. Steht das da jetzt echt? Was steht denn hier? Einfach eine Tür und offensichtlich der kürzere Weg zum Ziel. Ja. Eindeutig der falsche Weg. Frauen haben keinen... Ja, wir gehen mal den falschen Weg. Das ist aber sowas von der falsche Weg. Da gehe ich nicht lang. Ach, du wirst doch noch gezwungen. Hm. Aber sowas von offensichtlich der kürzeste Weg. Dann wollen wir mal. Weil der Keep Out steht oder was? Naja. Und, wo kommen wir an? Das ist hier ziemlich verwirrend. Kann ich hier noch was mitnehmen? Wir lassen ihn mal durch... ein bisschen durchlaufen hier. Mal gucken, was passiert. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Äh, wer weiß. Ist ja auch unverbesserlich. Okay. Hm. Bin ich denn überhaupt? Dann schauen wir mal. Bin ich denn überhaupt? Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Bräuch eines vorbeifahrenden Autos. Nicht nach unten, nicht nach oben. Ist das jetzt richtig? Flugzeug. Na, dann gehen wir da lang. Ich habe keine Ahnung. Also laut... Warte mal, ich kann für dich mal reingucken, weil das Witzige ist, bei dir steht, dass das mit Ablage-OK einfach hinterlassen wurde. Beide. Warte mal. Bei dir steht Zustellung erfolgreich. Wunschort Ablagevertrag. Ja, das ist Björn's Donation. Also irgendwie steht, mehr sehe ich leider nicht. Kannst du auch direkt mal schauen, wenn du willst. Ich muss ja auch mal wissen, ob es alles high angekommen ist. Weil ihr habt tatsächlich als erster, weil ihr bestellt habt, die frischen Kartons, die ich extra geordert habe. Und, ähm, Moment, das kann ich euch tatsächlich mal zeigen, bevor wir weitermachen. 50 Meter Luftpolsterfolie. Davon ist um jede Dose etwas drum. Und ich hoffe doch, dass die auch high angekommen sind. So, jetzt ist hier... Moment. Hatte ich noch so ein Rattenbild oder sowas? Äh, ließ es direkt loszuschauen. Okay. Äh... Hatte doch ein Bild gemacht. Na hier. Da ist gar keine Ratte vermerkt. Also kein... Na, nach dem Auto. Komme ich von da. Ich darf nicht nach oben. Na dann. Wo komme ich jetzt an? Ah, rote Birne. Rote Birne ist interessant. Was kann ich hier machen? Nix. Ich kann nur die Tür nehmen. Ja. Liz, soll ich dir beim nächsten Mal, wenn du was bestellen solltest, dir auch noch Luftpolsterfolie extra mit reinpacken? Einfach so? Nicht zurück, aber ich darf nach oben, oder was? Hä? Ich muss kurz mal checken, was ich hier machen soll. Aha. Also ich darf nicht zurück, aber ich darf da lang, da lang und da lang. Wo geh mal denn hin? Ich kann euch übrigens sagen, ich werde heute noch die Bestellung für die... Shit, wo bin ich jetzt? Ich werde heute noch die Bestellung für die, ähm... ...für die Appelspritzdosen machen. Passwort? Was? Wie? Was für ein Passwort? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Falsch. Ach. Und was soll dann das Richtige sein? Es ist... Sag's doch. So leicht trickst du mich nicht aus. Ja, haben wir extra drauf gekrebt. Brauch ich nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Komm jetzt, pass auf. Doch. Nein. Oh. Oh Gott. Das war aber Louis de Finet. Das war Louis de Finet. Ja. Was? Ja? Passwörter sind wichtig. Sonst könnte ja jeder kommen. Und wie lautet das Passwort? Ach, das ist mir egal. Ich bin nicht wählerisch. Du kommst hier nicht rein, wenn du das Passwort nicht kennst. Moment mal. Wir kennen uns doch. Äh, nein. Auf keinen Fall. Die Revolution ist viel zu tief im Untergrund versteckt. Wir sind alle unbekannt und anonym. Du bist doch der Polizist, der mich damals verhaftet hat. Ähm. Hieß es nicht, du seist der zweitschönste Mann von New Lost Wages? Der schönste. Nicht, wo Larry Leffer jetzt wieder in der Stadt ist. Aber siehst du, ich hatte recht. Du bist es. Das tut alles nichts zur Sache. Wir sind anonym. Ohne Passwort kommst du hier nicht rein. Hast du schon vergessen, dass du mich nicht mal aufhalten konntest, als ich eingesperrt war? Hast du vergessen, dass wir alle Frauen zu Füßen liegen? Hast du schon vergessen, dass wir wirklich furchteinflößend aussehen? Ja, was denn nun? Ich glaube, das erste trifft eher zu, oder? Hast du schon vergessen, dass du mich nicht mal aufhalten konntest, als ich eingesperrt war? Natürlich habe ich dich aufgehalten. Ich bin aus der Zelle entkommen. Wie ich entkommen bin, darüber will ich nicht reden. Und Gurken haben sicher nichts damit zu tun. Aber ich bin entkommen. Während du mit deinen Glubsch-Augen es nicht mal gemerkt hast. Du kommst trotzdem ohne Passwort nicht rein. Gott. Ich rede nicht mit dir, solange ich nicht weiß, wie du aussiehst. Tür auf, sonst trete ich sie ein, oder? Ich bringe eine Nachricht der Revolutionszelle in. Okay. Äh, buh, die 1. Okay. Ich rede nicht mit dir, solange ich nicht weiß, wie du aussiehst. Können wir so machen. Tschüss. Okay, war ein netter Versuch. Nice try. Tür auf, sonst trete ich sie ein. Wenn du hier randalierst, rufe ich die Polizei, also mich. Hä? Ich bringe eine Nachricht der revolutionären Zelle in, ähm... Ja? Von wo? Ähm... Kalauer. Oh! Das wird Elkommandante hören wollen. Komm rein. Elkommandante? Okay. Oh, das ist ja das alte Labor unter Lefties, in dem ich damals aufgewacht bin. Na, hast du den Weg auch endlich gefunden? Ja, und im Gegensatz zu dir habe ich den offiziellen Weg genommen und mich nicht durch eine Abkürzung geschmuggelt. Ich habe Narys Karte gelesen, wie sie gemeint war. Sie war anders gemeint. Ich glaube nicht, dass du in der Position bist, das zu beurteilen. Sie hat sie gezeichnet. Okay, lassen wir das. So. Was hat es eigentlich mit diesem Labor auf sich? Was hat es eigentlich mit diesem Labor auf sich? Das weiß ich nicht genau. Ich habe in dem geheimen Tunnelsystem nach einem alten verlassenen Ort gesucht, wo ich unser Hauptquartier aufbauen kann. So eine runtergekommene Fabrik schien mir genau richtig zu sein. Darüber ist eine heruntergekommene Kneipe. Das überrascht mich jetzt nicht. Keine Ahnung, was hier früher gebaut wurde. Könnte auch eine geheime KGB-Zentrale aus den 80ern sein. Nein, die haben mehr Hubschrauber. Oje. Das hier ist also, äh, die Revolution? Nicht ganz. Aber wir müssen noch hoffen, dass unsere Schmugglerin durchkommt. Wir haben nichts mehr von ihr gehört. Ich hoffe, die Pruneschergen haben sie nicht geschnappt. Sie bringt Schmuggelware, die wir unbedingt brauchen. Wer ist sie? Wie konntest du überhaupt mit diesem Wang-Typen arbeiten? Ich gebe ja zu, anfangs hat er mich begeistert und mitgerissen. Aber dann habe ich gemerkt, dass er einen gefährlichen Pfad eingeschlagen hat. Was ist Wangs Plan? Jeder P-Bot ist wie ein trojanisches Pferd. Wenn es Mr. Wang gelingt, jeden Haushalt in Amerika mit einem P-Bot auszustatten, ist es fast so, als wäre er selbst dort. Seine Marionetten in jedem Haus. Und wenn noch die selbstlernende KI funktioniert, wie sie es angeblich tut. Oh, sie tut es. Wir haben es bei Larry's Pi gesehen. Jetzt, wo diese Software in der ausgereiften Hardware der P-Bot landet, wird sie sich noch schneller entwickeln. Und viel gefährlicher werden. Meine adaptive K-Age wird sich auf jede Situation einstellen können. Auf jeden Menschen in ihrer Umgebung. Und dient Wang gleichzeitig als Augen und Ohren. Meine Pi wäre niemals böse geworden. Ich habe zu dachten. Moment, Larry, das ist es. Was? Ich habe nicht verstanden, welcher Faktor dazu gehört, dass deine Pi nicht böse geworden ist. Du warst es. Ich habe nichts gemacht. Ja eben, du wolltest ihre Intelligenz nicht zu irgendwelchen bösen Zwecken einsetzen. Und so eigen du auch bist, du warst einfach du. Und das ist mehr als genug, Baby. Oh je. Aber nun hat Mr. Wang die KI unter seiner Kontrolle. In verflucht gut aussehenden Robotern. Mit Sexroutinen, die ganz hervorragend funktionieren. Ich habe viel Zeit in ihre Entwicklung gesteckt und in die Qualitätssicherung. Was hat Wang denn now damit vor? Einerseits hat er die totale Kontrolle über jeden Haushalt. Andererseits kann ein P-Bot andere Menschen durch Sex gefügig machen. Larry, du wärst doch der Erste, der so etwas begeistert kaufen würde. Hm, das ist eine gemeine Unterstellung. Oder Nari? Kann ich auch einen bestellen, der genau wie Faith aussieht? Haha. Eine eigene Superintelligenz entwickeln. Beschließen, dass die Menschheit überflüssig ist. Die Singularität. Dann lieber die Singularität. Oh Gott, der ist so flach. Der war flach. Und was können wir jetzt tun? Ja, wir brauchen einen Plan, um einen Weltkonzern wie Prone aufzuhalten. Ich hab's. Oh weia. Ich habe nur den unteren Satz gelesen. Wir besorgen eine Unterlassungsklage, wir besorgen einen Panzer oder wir besorgen es, Wang. Also ich bin ja fast fürs Dritte. Das ist so weird. Wisst ihr, Liz will die drei. Wie gesagt, ich hab nur den unteren Satz vorhin gelesen und dachte schon, was? Ich bin auch, wir besorgen es, Wang. Wir probieren das mal. Wir besorgen es, Wang. Wer? Du? Nein, ihr beide lenkt ihn ab, indem ihr euch auszieht. Während ich... Du brauchst gar nicht weiterzureden. Wir haben einen Plan. Larry? Ich glaube, du hast El Commandante noch nicht kennengelernt. Moment mal. Die Stimme kenne ich doch. Lefty! Ich meine, äh... Lefto? Lefto? Ich musste zurückkehren, Larry. New Lost Wages ist in Gefahr. Die ganze Menschheit ist in Gefahr. Das ist sehr nobel von dir, Lefty. Nari hat auch gesagt, dass ich das Catering für die Prune-Kantine übernehmen kann, wenn alles vorbei ist. El Commandante Lefto kennt jeden in der Stadt. Er kann alles besorgen, hat den Vermandten überall. Dank ihm haben wir eine Chance. Wie ist denn nun der Plan? Ich habe gar nicht an der Software für die P-Bots gearbeitet, sondern ein Virus programmiert. Ich hatte ihn schon testweise auf den ausgemusterten P-Bot hier im Hauptquartier eingespielt. Aber damit ich ihn auf alle P-Bots in der Fabrik übertragen kann, muss ich ihn auf das Hauptmodell überspielen. Das geht aber nur mit einem weiblich-weiblich-Adapter und ich habe keinen. Überlass das mir. Ich bin ein Spezialist, wenn es darum geht, weibliche Teile aufzutreiben. Ja, geile Latsch und Krox. Ich fürchte, da muss ich zustimmen. So einen Adapter werden wir nur aus dem Darknet besorgen können. Das kann ich dir nachher erklären, Larry. Nicht meins. Es fehlt mir dann immer noch der volle Zugriff auf die Systeme von Prune. Ich brauche dafür ein Master-Passwort. Haben Sie nicht eines, Miss Faith? Ich hatte eines, aber das war auf meinem P-Phone gespeichert. Ich merke mir doch nicht alle Passwörter. Außerdem musste ich das alles BJ überlassen, damit niemand Verdacht schöpft. Und BJ ist tot. Was? Er ist tot? Er ist in der Explosion meiner Villa gestorben, die du ausgelöst hast. Der Knopf für die Selbstzerstörung war an einer richtig doofen Stelle. Genau. Das war Notwehr. Er war gar nicht im Haus, als es explodiert ist. Also wir wissen ja, er war nicht im Haus, als es explodiert ist. Es war Notwehr oder... Der war an einer doofen Stelle. Wobei, der war doch gar nicht so in so einer doofen Stelle. Ich dachte, der war an einer wirklich doofen Stelle. Der war an einer doofen Stelle, glaube ich. Glaube ja. Wir machen mal so. Der Knopf für die Selbstzerstörung war an einer richtig doofen Stelle. Jetzt hör endlich auf damit. Es ist schließlich nicht dein Haus. Wahr. Aber BJ lebt noch. Ich habe ihn nach der Explosion gesehen. Aber ich weiß nicht, wo er heute ist. Oh, er ist wieder in New Lost Wages. Er hat bei Prune geklingelt und wollte seinen Job zurück. Wang hat ihn einbuchten lassen. Ich musste ihn wegsperren wie euch vorhin. Wenn ich nur noch wüsste, wo im unterirdischen Karker-System das genau war. Von mir aus kann er dort auch bleiben. Aber wir brauchen das Master-Passwort von ihm. Gut, er ist zumindest in der Nähe. Er wird das Master-Passwort ja hoffentlich nicht vergessen haben. Also fassen wir zusammen. Wir müssen herausfinden, wo unsere Schmugglerin mit der Ware abgeblieben ist. Wir brauchen einen weiblich-weiblich-Adapter. Den müssen wir aus dem Darknet besorgen. Und wir müssen BJ finden. Dann müssen wir in die Prune-Fabrik schleichen. Mein Virus in den primären P-Bot spielen, damit er sich verbreitet und alle P-Bots deaktiviert und blockiert. Und danach müssen wir die KI zerstören, damit niemand sie je missbrauchen kann. Und dann bekomme ich die Kommission für die Prune-Kantine. Oh Gott, oh Gott. Ein Glück, dass ich diesmal ein Quest-Log habe. Ein was? Sorry, ich habe nur mit mir selbst geredet. Hier zu tun scheinbar. Kann ich noch was machen? Nee, ich lasse lieber meine Finger von dieser Art Technik. Okay, aber stimmt, das ist ja hier die... Nee, kann ich mit ihm nochmal quatschen? Faith? Ja? Du könntest doch wieder an der Spitze von Prune sein. Weißt du, wo ich diese Räume wieder sehe? Also nicht diese stinkenden unterirdischen Räume, sondern den Tower an sich. Ich habe da alles hinter mir gelassen. Das ist nicht mehr mein Leben, Larry. Ich habe mich all die Jahre bewusst im Schatten gehalten. Dem Schatten von BJ. Weil ich keine Wahl hatte. Ich möchte diese ganze verdammte Technologiebranche hinter mir lassen. Hm. Okay. Warte mal, mach mal ein bisschen Soft hier raus. Lass mal den Soft hier rauslegen. Ich bin nicht niedergeschlagen. Ich weiß nur ziemlich genau, was ich nicht mehr will. Kann ich dich irgendwie aufmuntern? Nein, lass mich einfach in Ruhe. Okay. Okay. Ich lasse dich in Ruhe. Danke. So was mit ihr? Hey, Nari. Warum hat Wang einen goldenen Colt? Das ist noch eine der harmloseren Sachen, die er so hat. Du willst nicht wissen, was ich sonst noch alles in seinem Büro gefunden habe. Och, würde mich schon interessieren. Nein, das würde alles sogar deine Vorstellungskraft springen. Schlimmer als ein Einhorn im... Viel schlimmer. Ja, sie war das ja mit dem Einhorn. Sie war das ja mit dem Einhorn. Ich erinnere mich. Weißt du noch, wo BJ eingesperrt worden ist? Es war ein Kerkerraum unterhalb von Prune. Dort hinzukommen war ziemlich kompliziert. Mal sehen, ob ich es wieder zusammenbekomme. Ich bin auf jeden Fall zuerst nach Norden gegangen und am Schluss aus einer Tür im Norden rausgekommen. Ich bin nie direkt wieder durch die gleiche Tür zurückgegangen. In jede Richtung bin ich zweimal gegangen. Das zweite Mal in die gleiche Richtung, aber erst, nachdem ich in jede Richtung schon einmal gegangen war. Was? Oh, fast hätte ich das Allerwichtigste vergessen. Gehe niemals, wirklich niemals gegen den Uhrzeigersinn. Ähm, ich versuche es. Oh mein Gott. Ah, verstanden. Also erst links, dann rechts. Ähm, nicht ganz. Aber du schaffst das schon. Oh je. Was haben wir mit dem Adapter vor? Miss Faith hat drei Sexrobotergesetze entwickelt. Regel Nummer eins. Ein P-Bot muss immer sexy sein. Larry. Erstes Gesetz. Ein P-Bot darf keinen Menschen verletzen. Beim Sex. Eins. Das ist damit auch gemeint. Zweites Gesetz. Ein P-Bot darf keine Aktien kaufen. Gute Regel. Okay. Drittes Gesetz. P-Bots dürfen untereinander keine Informationen austauschen. So soll verhindert werden, dass ein P-Bot-Netz entsteht. Und Wayne will genau sowas einsetzen, fürchte ich. Den Adapter benötigen wir also, um... Unseren manipulierten P-Bot direkt mit dem Zentral-P-Bot zu verbinden und so das Virus zu übertragen. Wie funktioniert denn so ein weiblich-weiblich Adapter? Wie ein männlich-weiblich Adapter aussieht, dürftest du ja wissen. Natürlich, Baby. Du willst nicht wissen, was ich schon alles selbst adaptiert habe. Genau so, aber auf beiden Seiten. Da muss man aber gelenkig sein. Oh, je. Oh, Larry. Larry. Was war das mit dem Darknet? Weißt du, was das Darknet ist? Ähm. Es ist dunkel? Es ist dunkel. Ich sag mal, das ist zumindest nicht falsch. Das Darknet ist ein verrufener, ein gefährlicher Ort. So illegal, wie er nur sein kann. Dorthin geht man, wenn man die Dinge braucht, die es sonst nirgendwo gibt. Jetzt wird es interessant. Allerdings sollte man sich dabei nicht erwischen lassen. Wie genau finde ich das denn nun? Du kommst über Thor ins Darknet. Und wie gelange ich dahin? Das ist ziemlich kompliziert. Genau genommen ist das im Moment nicht so einfach möglich. Zumindest nicht, seit El Commandante meine Wegbeschreibung mit seinem wirren Zeug vollgekritzelt hat. Aber du bist ja findig, Larry. Im Darknet bezahlst du allerdings nicht mit Dollar, sondern einer Kryptowährung. Vor kurzem ist die Kryptowährung Klitcoin total hochgeschnellt. Die wird jetzt überall angenommen. Dafür brauchst du ein Wallet. Hier. Oh, ich krieg was. Ich habe dir schon ein Fake-Account fürs Wallet angelegt, auf dem ein hoher Betrag verfügbar ist. Um den Betrag abzurufen, musst du zum Krypto-Geldautomaten in den Tunneln gehen. Aber der hat einen Defekt. Die Schmugglerin sollte das Ersatzteil bringen. Finde sie und baue das Teil ein. Dann kannst du die Kryptowährung auf dein Wallet übertragen lassen und so im Darknet den Adapter kaufen. Quatsch, sehr kompliziert. Das ist alles? Ja. Das Ersatzteil für den Krypto-Geldautomaten bekommst du von der Schmugglerin. Sie hat als geheimen Übergabeort die Darmtoilette gewählt. Diese musst du in den Tunneln suchen. Was kannst du mir über die Schmugglerin sagen? Ich mache mir Sorgen um sie. Eigentlich hätte sie schon längst da sein müssen. Vielleicht wurde sie verfolgt und musste untertauchen. Wie erkenne ich sie? Du wirst sie erkennen, wenn du sie in der Darmtoilette triffst. Ich denke auch. Ich glaube, die werden wir sicherlich erkennen. Ich habe eine arge Vermutung, dass es so... Kann ich denn... Hier kann ich nichts machen. Ich muss... Ah ja, ich kann hier rein. Ich kann mit dem... Ich quatsche nochmal mit... Lefty! Lefto! Lefto! Kommandante! Oh, Kommandante Lefto! Hast du schon ein Revolutionsbier gebraut? Noch nicht. Aber ich habe schon viele Pläne dafür. Ich würde gern den typischen Geschmack von New Lost Wages mit einem exotischen Element kombinieren. Ananas? Nein. Eine ganz außergewöhnliche Kaktusart, die ich auf Ken Cum entdeckt habe. Hast du sie von El Rey bekommen? Ach, du kennst diesen Kaktus? Nur zu gut. Okay. Wer hat dich eigentlich zum Anführer erklärt? Nari. Nari scheint mir ziemlich kompetent zu sein. Ein Craft Beer hat mir den Magen weggeretzt. Ich mache mal so. Nari scheint mir ziemlich kompetent zu sein. Sie musste die Tarnung bei Prune aufrechterhalten. Nur sie konnte uns Insider-Informationen beschaffen. Das klingt erstaunlich vernünftig und nachvollziehbar. Außerdem hätte ich meinen Schnauzbart abrasieren müssen. Und das jetzt nicht mehr. Lassen wir das. Ich bin derjenige hier, der das Tunnelsystem unter New Lost Wages wie seine Westentasche kennt. Anders gesagt, du hast schon immer hier unten was geschmuggelt. Das war Notwehr gegen die Obrigkeit. Ich war sozusagen schon immer ein Revoluzzer. Nein, ein Kleinkrimineller. Oh, jetzt ist aber hart. Seit wann rauchst du denn? Seit wann rauchst du denn? Ich rauche eigentlich nicht. Tust du aber? Die Revolution verlangt viele Opfer. Schon, aber muss es gerade Atemluft sein? Muss die Augenklappe wirklich sein? Meine Freundin meint, sie macht mich verwegen. Du hast eine Freundin? Du meinst aber hoffentlich nicht den kaputten Roboter dort hinten? Wäre es besser, wenn sie nur eingebildet ist? Ein wenig. Oh je. Wie komme ich denn in dieses Darknet? Wie komme ich denn in dieses Darknet? Das ist nicht so einfach, Larry. Das Darknet ist in den Tunnel noch schwieriger zu finden als das Hauptquartier. Dafür braucht man schon eine perfekte, unfehlbare Wegbeschreibung. Ja, dann hau raus. Dann erzähl mal. Larry. Ich bin kein Mann der großen Worte. Ich bin ein visueller Typ. Das Motto meines Sexlebens. Ah, zu viel Information. Oh Gott. Ich kenne doch nicht mal sein Motto. Was kannst du mir noch über das Darknet sagen? Nicht so laut, Larry. Über das Darknet redet man besser nicht. Wir sind tief unter der Erde, Lefty. Sie haben ihre Ohren überall. Was hast du denn genau mit dem Darknet zu tun, Larry? Immer der Aluhut. Du hältst mich vielleicht für einen einfachen Barkeeper. Aber in Wirklichkeit bin ich. Psychologe. Tunnelgräber. Wächterbarkeeper? Er ist ein Tunnelgräber. Tunnelgräber? Nein, Larry. Ich bin ein Entrepreneur. Was für eine Treppe. Unternehmer, Larry. Ich bin sogar ein Serienentrepreneur. Verstehe kein Wort. Was heißt das denn jetzt? Ich habe massig Unternehmen gegründet und die sind alle pleite gegangen. Aber für diese Unternehmungen musste ich massig Material aus dunklen Quellen besorgen. Dem Darknet. Eben. Die Dinge, die es dort gibt, die kannst du dir nicht mal vorstellen. Darpretieren die das nicht alle falsch? Also das mache ich jetzt so richtig neugierig. Egal. Ich muss los. Ich muss los. Die Revolution wartet nicht. Na gut. Hallo? Was ist denn jetzt schon wieder? Türsteher. Warum stehst du immer noch da hinten? Das ist mein Job. Was genau? Türsteher. Das macht keiner besser als ich. Also vorausgesetzt, es ist so eine Tür mit so einem Schlitz. Und wie lautet das Passwort? Das geht dich gar nichts an. Hey, ich bin doch längst drin. Jetzt kannst du es mir sagen. Hm. Stimmt eigentlich. Es lautet Wahlöl. Verstehe ich nicht. Musst du auch nicht. Was? Äh? Das ist... Ich finde gar nicht, dass du so gut aussiehst. Ach. Wollen wir darüber abstimmen lassen? Ich kann gern rauskommen. Äh, schon gut. Bleib lieber da hinten. Warum bist du bei der Revolution dabei? Weil ich mich Recht und Gesetz verschrieben habe. Richtig. Aber das ist doch hier eine Untergrundbewegung. Es gibt einen Unterschied zwischen legal und legitim. Das hätte ich dir ehrlich gesagt nicht zugetraut. Oh je. Weißt du was über das Darknet? Ich befasse mich nicht mit Internetkriminalität. Im Internet sind nur zwielichtige Gestalten unterwegs. Wer im Internet unterwegs ist, spielt sicher auch gewalttätige Telespiele. Ich verharschte meine Kriminellen lieber noch auf der Straße. Oh man hat ja eigentlich einen blutigen Säbel. Können wir das mal erklären? Ich geh dann mal. Hallo? Was? Ich geh dann mal. Ja, wo muss ich denn... Ach, hier muss ich hin. Moment. Ich musste nur durch diese Tür gehen, um hierher zu kommen? Das ist ja total kompliziert. Hahaha. Scheiße. Hahaha. Oh Gott, oh Gott. So. Ja. Voll gewalttätige Telespiele. Äh, ja. Hat sie jetzt gesagt, gehe nicht im Uhrzeigersinn? Ich muss ins Labyrinth, bleibt ja keine Wahl. Wo kommen wir denn an? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Mega kompliziert. Das kommt mir bekannt vor. Wieso? Geräusche von stürnenden Menschen. Moment. War ich hier nicht schon mal? Ja, hier komme ich ja nicht lang, ne? Hm. Oh je. Also. Hier gibt es ja nur eine Wahl. Geräusche von stürnenden Menschen. Ich brauche hier eine Toilettenspülung. Das ist hier ziemlich verwirrend. Ja. Moment. War ich hier nicht schon mal? Was für Fakt? Das war jetzt aber kurz. Ei, 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 ei. Das kommt mir bekannt vor. Hä? Moment, was ist denn hier los? Hä? 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 Ja, aber... Ja, ja. Ja, die Toilette ist schon richtig. Aber an der Toilette komme ich ja... Also... Hä? Nach Westen? Nach Osten? Geh mal nach Westen. Moment. War ich hier nicht schon mal? Ach du Wurst, wie geht der? Die Wegbeschreibung bringt mich überhaupt nicht weiter. Geh niemals... Hat sie nicht gesagt? Geh niemals nach Norden? Nicht gegen den Uhrzeigersinn. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich geh mal nach Norden. Ich kann ja hier nur nach Norden gehen. Ja, ja. Geräusch eines fahrraden Autos. Da darf ich nicht nach unten, nicht nach oben. Okay. Aber da war jetzt auch eine Toilette zu hören. Aber das Geräusch von stöhnen Menschen ist hier nicht zu hören. So, doch, warte mal. Das ist bestimmt das Herz. Moment. War ich hier nicht schon mal? Fuck. Ich hätte auch zurückgehen können. Das wäre das... Aber hier steht nur, ich darf nicht nach oben. Okay. Also. Hier der Versuch. Ist aber auch schwierig, ey. Ja, ja, das wissen wir ja schon. So, wo sind wir denn jetzt? Moment, die Symbolik kenne ich. So. Das war das Polizeiauto. Ja gut, hier kann ich... Hä? Nee, kann ich eh nur die Tür nehmen. Ich habe jetzt ein fahrendes Auto. Ich habe ein fahrendes Auto. Ich darf aber nicht runter. Und ich darf nicht hoch. Hoch geht so... Da fehlt ein Schild. Ja. Jetzt habe ich Hundegebell. Aber Hundegebell taucht hier nicht auf. Geht da lang. Niemals gegen den Uhrzeigersinn. Ja, da komme ich bestimmt jetzt wieder... Ach nee. Das kommt mir bekannt vor. Fuck um mir, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Vorbeifahrender Zug. Darf ich nicht nach unten? Na dann. Moment. War ich hier nicht schon mal? Die Geräusche kommen viel zu spät. Oh Gott, das ist schwierig. Also. Vor allem, ich habe hier noch ein Symbol mit einer Lampe. Da gibt es noch ein Symbol mit einer Lampe. Jetzt sieht es wieder anders aus. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Da ist eine Lampe. Aber ist das eine Lampe oder ist das das Fass? Ich bin überfragt. Niemals nach Norden und nicht gegen den Uhrzeigersinn. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Nee, ich bin... Ich glaube, jetzt habe ich es richtig. Nach Osten. Also ich darf nie... Warte mal. Gegen den Uhrzeigersinn darf ich nicht. Und ich darf nicht nach Norden. Dann gehen wir nach Süden. Moment. War ich hier nicht schon mal? Ja, warst du. Ja, es gibt... Warte, ich zeige. Ich blende es gleich noch mal ein. Blende es gleich noch mal ein. Ich habe die Karte noch in der Tasche. Wer geht es her? So, pass mal auf. So sieht es aus. Und da ist ein Auto. Und da ist auch ein Flugzeug. Aber das Flugzeug krackt in ein ganz anderes... Also das ist ganz seltsam. Also ich nehme mal an... Einiges stellt eine Geräuschkulisse dar. Dann gibt es ein tropfendes Rohr. Ein Kabel, was von der Wand hängt. Ach, da unten ist der Hund. Okay. Die Sirenen. Die Mausefalle. Auf jeden Fall darf ich an den... An den Symbolen mit dem Dino... Nicht nach... Rechts. Gott, oh Gott. Das soll einmal mal... Das soll einer mal blicken. Ich darf also nicht nach rechts. Aber hier ist eine Mausefalle. Ach du... Okay. Ich gehe in der Lang. Ja. Oh, stöhende Menschen. Ich habe stöhende Menschen. Moment. Stöhende Menschen. Nicht nach oben. Nicht nach unten. Sehe ich das richtig? Also ich habe jetzt stöhende Menschen gehabt. Und stöhende Menschen heißt auch... Ist er das? Und da darf ich nicht nach oben. Ich habe aber dieses Symbol im Raum. Und darf aber auch nicht nach unten. Also geht nur nach rechts. Habe ich das jetzt so geblickt? Ist auch richtig, oder? Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass das so sein soll. Ausschluss. Also stöhender Mensch. Ah, 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 ne? Nicht nach oben. Geschwirbeltes japanisches Zeichen oder was auch immer. Nicht nach unten. Also geht ja nur da lang. Moment. War ich hier nicht schon mal? Moment, ich habe die Pfeile vergessen. Es gibt, glaube ich, noch die Pfeile, ne? Äh... Ja gut, aber dann hätte ich ja trotzdem richtig gemacht. Wieso ganz funktioniert das auch nicht mit diesem Ausschlusskriterium? Also nochmals Labyrinth. So, was haben wir jetzt im Raum? Eine Mausefalle. Ein Dino. Eine Polizeisirene. Und... Die Teile. Gute Idee, aber... Ich weiß nicht, ich habe jetzt hier... Ich darf nicht... Nach links, nicht nach rechts. Theoretisch. Also wenn ich jetzt nur nach der Symbolik gehe. Ich habe ein Dino im Raum, darf auch nicht... Darf gar nicht nach rechts. So... Das war noch eine Tonne. Dürfte ich ja auch nicht nach links. Ne, nicht nach unten. Ja, was denn nun? Ne, nicht nach unten. Äh... Polizeisirene auch nicht nach rechts. Es ist so weird. Aber ich kann nur nach oben. Das ist nicht die erste Tür, die ich in meinem Leben gesehen habe. Nicht? So, dann habe ich noch eine Mausefalle. Moment. Die Mausefalle sagt mir, ich darf aber auch nicht nach oben. Nach links. Wie der Fluffy sagt. Hi, Fluffy. Moment. War ich hier nicht schon mal? Ja. Fluffy, das war leider nichts. Ah, Gott, doch, Gott. Okay. Ab ins Labyrinth. Der Min, ja. Ich habe es auch gerade. Vor allem, wie du einfach immer durch dieselbe Tür gehst, aber du bist langes immer in dem... Jetzt höre ich eine Toilettenspülung. Und eine blaue Tonne. Aha. Moment. Blaue Tonne. Gibt es hier... Da verschiedene Tonnenfarben? Blaue Tonne, nicht nach oben. Gut. Das ist hier ziemlich verwirrend. Ja. Ist es. Fahrenndes Auto. Was ist das? Das Fahren... Darf ich nicht nach unten? Nee. Darf ich nicht nach oben? Na oben gibt es ja nicht. Ich gehe mal nach Süden. Mal gucken. Moment. War ich hier nicht schon mal? Ja. Da waren wir schon mal. Ach, du große Güter. Mit dem Labyrinth ist... Aber es ist immer anders. Ich mache jetzt einfach mal... Ich gehe erst mal. So. Das ist nicht die erste... Stöhnende Menschen. Ich höre stöhnende Menschen. Stöhnende Menschen. Na oben geht es nicht. Aber ich habe dieses Symbol im Raum. Ich gehe eigentlich noch nicht nach unten. Ich gehe weiter nach außen. Ich komme bestimmt jetzt wieder bei meinem Raum raus. Oh. Oh. So. Was haben wir denn jetzt hier? Fahrendes Auto. Floppy. Woher willst du denn was wissen? Ich habe jetzt ein fahrendes Auto. Darf ich nicht nach oben? Ich habe aber auch eine blaue Tonne. Darf ich auch nicht nach oben? Ich darf aber auch, weil ich ja dann Symbol habe für den Dino, darf ich auch nicht nach Osten. Was ist da noch? Moment. Das tropfende Rohr. Oh. Das tropfende Rohr ist auch noch wichtig. Moment. Oh je. Das tropfende Rohr heißt nicht nach Osten. Blaue Tonne. Nicht nach oben. Was hatten wir? Ein fahrendes Auto. Auch nicht nach oben. Ist hier noch irgendwas, was ich beachten muss? Ach, die Sirenen. Also ich muss nach unten. Westen nach Westen. Nein. Was? Nein, ich muss nicht nach Westen. Ich muss nach Süden. Ja, aber die rote Tonne, wird die überhaupt aufgeführt? Doch, ja, da ist eine rote Tonne. Rote Tonne heißt aber nicht nach unten. Da darf ich ja theoretisch nirgendswohin. Ja gut, dann gehe ich da lang. Wehe, ich komme wieder. Moment. War ich hier nicht schon? Das war der Westen. Ach, ist das ein Kack-Rätsel. Wie Martha schon sagt, es ist ein Kack-Rätsel. Ich bin wieder hier. Also, jetzt starten wir aber durch. Es ist mit den Symbolik, blicke ich nicht. Jetzt hören wir mal genau hin. Guck mal, jetzt ist hier eine blaue und eine rote Tonne. Und der Zug fährt vorbei. Ist hier auch ein Zug abgebildet? Nee, der Zug ist nicht wichtig, weil der ist nicht abgebildet. Die Musik ist aber ab. Aber das scheint nicht wichtig zu sein, oder? Wo seht ihr denn hier einen Zug? Das sieht für mich aus wie ein Flugzeug hier auf dem Zettel. Was ist denn hier ein Zug? Na gut. Kümmern wir uns nicht darum. Was haben wir jetzt? Wir haben eine rote Tonne. Das heißt... Nach unten geht es ja sowieso nicht. Ja, mach mal Wunschspray. Blaue Tonne heißt, ich darf auch nicht nach oben. Also sprich nach... Nach Norden. Nach Norden soll ich ja sowieso nicht. Was habe ich noch? Ich habe noch Pfeile im Raum. Und zwar Pfeile nach rechts. Das heißt, ich darf nicht nach Norden. Das soll mal einer blicken. Also muss ich zurück. Jetzt sollen... Ich glaube, ich laufe im Kreis. Soll ein Zug sein? Das sieht aus wie ein Flugzeug. Ach wohl, nee, warte mal. Da sind oben Antennen drauf. Alles klar. Oh, Polizeisirene. Polizeisirene heißt nicht nach Osten. Ja. 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 So. Dino auf dem Schild heißt nicht nach Osten. Habe ich noch eine rote Tonne. Heißt nicht nach unten. Es ist noch was. Da zählt dieses tropfende Rohr mit. Heißt nicht nach Osten. Äh, jetzt muss ich kurz überlegen. Mehr habe ich nicht. Da, gut. Dann auf... Aber da muss ich ja nach Norden. Darf ich jetzt nach Norden? Das ist jetzt ein Ja. Ich würde gerne nach Norden. Darf ich nach Norden? Ich gehe jetzt nach Norden. Da fehlt ein Schild. Nicht nach Norden? Aber warum? Ach, warte mal. Nee, da ist noch eine rote... Rote... Okay, nee, die rote sagt mir nicht... Nicht, aber... Ich weiß nicht, wie ich das interpretieren soll. Das ist ja grauenvoll. Rote Sirene heißt... Nicht nach Westen. So. Der Dino sagt mir... Ich würde kurz gucken. Nicht nach Osten. So. Äh... Die Sirene, die wir gerade gehört haben, sagt mir auch... Nicht nach Osten. Jetzt haben wir hier eine rote Tonne. Die sagt mir... Nicht nach unten. Geht sowieso nicht, weil es gibt keinen nach unten. Die ist nämlich nicht offen. Dann haben wir ein tropfendes Rohr. Heißt... Nicht nach... Was war das jetzt? Osten. Ach, nur wenn sie leuchtet... Wieso leuchtet? Hat die irgendwann mal geleuchtet? Ah. Also soll ich jetzt nach Westen? Weil ich darf ja weder nach Norden, das hat... Ich... Nach Westen. Okay. Gut. Moment. Kann aber nicht sein. War ich hier nicht schon mal? Ich... Wollt ihr mich trollen? Oder will mich das Blatt Papier, was ich habe, trollen? Ja, ich... Ja. Warte, ich zeige dir auch nochmal die Karte. Ich habe mir auch ein Foto gemacht, aber ich check's nicht. Bitteschön. Ich check's nicht. Es ist... Es ist... Was ist denn jetzt schon wieder? Oh. Ihr dürft nicht nach Westen gehen, boy. Ach, du große Güte. Ach, du große Güte. Ach so, äh, Floppy. Du warst ja... Warst du vorhin schon hier? Ich weiß gar nicht. Hast du schon... Ich nehm mal, du hast schon ein Foto gemacht. Guck mal da. Äh, da. Ganz neuer Schissel hier. Ganz neuer Schissel. Und es gibt solches... Ich kann hier mal... Komm, wir machen mal kurz ne Session hier. Ich zeig mal was. Aber ich krieg's jetzt hin. Weil ich hatte mir... Es sind nur ein paar drauf, aber ich hatte... extra für dich, Floppy. Moment. Extra für dich. Moment, hier muss ich mal kurz gucken. Wo ist er? Wo ist er? Ich hatte mir ein paar Favoriten gespeichert. Hier, Floppy. Guck mal hier. Extra für dich. Gibt's den auch. Aber ich hab auch... Und auch den. Schon toll, so ne App. Ja, das kann man sich direkt hier live in der Vorschau angucken. Guck dir auf den hier. Ja? Ja, ist schon lustig, das Teil. So. Aber dann gehen wir mal wieder auf die... Es gibt ja eigentlich... Gibt's ja auch... Aber da muss ich erst auf den neuen Rahmen warten. Es gibt noch ein paar interessante Bilder, die ich auch mit drin hab. Ähm... Wenn ich's Geist... Ja. Und... Ähm... Geh ich mal wieder auf die... Auf die Channel. Okay. Jetzt ist er wieder richtig. So. Ja. Ich dachte, er wirst du mal sehen. Ja. Bald ist es wieder soweit. Ist richtig. Wenn ich mal wieder aufs Hole-Overlay gehen. Also. Moment. Melly hat mir auch irgendwas geschickt hier. Wegen... Wegen dem Rätsel. Also. Wir gehen jetzt erstmal... Wir gehen jetzt erstmal durch die Tür. Ins Labyrinth. Ich darf nicht nach... Nach Osten darf ich nicht gehen. Moment. Ich darf nicht... Nicht nach Osten gehen, wenn ich eine Toilettenspülung höre. Ich muss mal kurz gucken. Moment. Hier gibt's ein Maus... Die Maus steht für das Mauseloch. Weil hier manchmal hier ein Mauseloch ist. Ah. Jetzt muss ich kurz gucken. Nach Norden darf ich nicht. Wenn ein Mauseloch da ist... Ein Schild mit... Mit einem Schriftzeichen. Ein rotes Fass. Ein lose unter dem Strom hängendes Kabel. Oder ein Panerzug. Also darf ich jetzt nach Norden. Haha. Paner, ey. So. Das kommt mir bekannt vor. Ach, nee. Ach, das ist das herunterhängende Kabel. Alles klar. Aber jetzt habe ich Hundegebell. Moment. Also. Hundegebell. Irgendwas mal mit Hundegebell. Hundegebell, da heißt, ich darf nicht nach Westen. Ja gut. Geht eh nicht. Geht nur Norden, Osten oder Süden. Aber ich habe ein rotes Fass. Oh, mein Gott. Aber ich habe eine rote und grüne Lampe. Die leuchten ja nie. Oh, weia. Warte mal. Rote Lampe heißt nicht nach Westen. Okay. Was heißt denn die grüne Lampe? Die grüne Lampe heißt nicht nach Osten. Ja, geht ja nicht. Grüne Lampe nicht nach Osten. Eine Glühbirne. Die habe ich hier nicht. Aber ich habe ein runterhängendes Kabel. Alter, wie soll denn auf sowas kommen? Warte mal. Ich habe jetzt ein Kabel, das runterhängt. Ein loses, runter stromstehendes Kabel. Optisch und akustisch. Ja, das sehe ich da. Darf ich nicht nach Norden? Nach Osten darf ich nicht gehen, wenn eine grüne Lampe zu sehen ist. So, nach Süden. Jetzt bleibt ja nur noch Süden. Mausefalle habe ich nicht. Blaues Fass habe ich nicht. Drei rechts gezeichnete Fallspitzen habe ich nicht. Ein fahrendes Auto war nicht zu hören. Und stödende Menschen waren auch nicht zu hören. Ich gehe nach Süden. Theoretisch geht nur Süden. Moment. War ich hier nicht schon mal? Die wollen mich rollen. Ich habe jetzt genau das befolgt, was hier steht. Also, Labyrinth. Da wäre ich gerade ein bisschen aggro. Das ist hier ziemlich verwirrend. Aber Rotas... Also ich habe jetzt... Moment, wir drüseln jetzt nochmal auf. Ich habe hier oben eine Glühbirne. Hier steht, wenn eine Glühbirne ist, Dürft ihr nicht nach Westen gehen bei Glühbirne? Habe ich hier. Ich habe hier eine Glühbirne. Heißt, nicht nach Westen. Aber ich habe entfernte Musik. Von denen her. Osten. Norden. Ich kann nur nach Osten oder Norden. So, jetzt habe ich aber nach rechts verlaufende Pfeile. Moment, ich muss kurz gucken. Ich habe ein blaues Fass. Darf also auch nicht nach Süden. Süden geht sowieso nicht. Die Beispitzen zeigen nach... Ich darf also nicht nach Süden. Ja, ist klar. So, nach Osten darf ich nur nicht. Wenn grüne Lampe? Haben wir nicht. Dinosaurier Warnschild? Haben wir nicht. Ein leckendes Rohr? Haben wir auch nicht. Toilettenspülung war nicht zu hören. Also darf ich nach Osten. So, jetzt haben wir wieder... Jetzt haben wir folgendes... Also ich bin jetzt richtig. Ne, hier steht blaues Fass. Ihr dürft nicht nach Süden gehen bei einem blauen Fass. Optisch. Jetzt war, glaube ich, ein Auto zu hören. Ja, Jesus. Du hast recht. Jesus, was für ein blödes Rätsel. Jetzt habe ich nach rechts und links zeigende Pfeilspitzen. Damit würde schon rausfallen... Moment, das habe ich noch. Ein leckendes Rohr. Nach rechts zeigende Pfeilspitzen. Nicht nach Süden gehen. Geht also nicht. Blaues Fass. Nicht nach Süden. Maus fahre nicht nach Süden. Hier würde alles zutreffen. Fahren das Auto akustisch. Habe ich auch gehört. Nicht nach Süden. Moment, ich habe... Das ist hier von... Wie soll man das sagen? Von Gamesworld. So eine Hilfe. Nari sagte, Tür 2 ist auch Tür 3. Okay. Warte mal, ich trüsel noch auf. Habe ich jetzt... Ich habe ein leckendes Rohr. Hm. Moment. Soll ich dir die Karte nochmal aufmachen? Ich habe jetzt ein leckendes Rohr. Und eine grüne... Birne. Lampe. Wie auch immer. So, die grüne Lampe heißt... Ich darf nicht nach Osten. Okay. Das leckende Rohr ist ja auch optisch. Ich darf nicht nach Osten. Ach du große Güte. Jesus. Blaues Fass. Nicht nach Norden. Aber hier steht blaues Fass. Nicht nach Süden. Norden. Norden sagt rotes Fass. Ja, was denn du? Aber hier stimmt. Auf dem steht... Blaues... Nee, rotes Fass. Nicht nach Osten. Äh. Nach Süden. Entschuldigung. Nach Süden. Nach Süden. Blaues Fass steht hier aber. Irgendwas haben die... Die haben dir irgendwas verdreht. Geh mal nach Süden. Warte mal. Ich gucke mal, was Süden theoretisch wäre. Mause... Ich habe aber eine Mausefalle. Und ich habe ein blaues Fass. Ich probiere es. Ich habe ja eh nichts zu verlieren. Moment. War ich hier nicht schon mal? Alter. Jesus Christ. Jesus. Was ist denn... Wer überlegt sich denn so ein Rätsel? Alter. Weil es macht gerade so ein bisschen das... Spiel kaputt. Ich habe jetzt hier ein Warnschild Dino. Und japanische Schriftzeichen. Rote Lampe. Rote Lampe. Check. Ich darf also nicht nach Westen. Na gut. Es geht ja... Wenn, dann geht ja nur Osten oder Norden. So, nach Norden darf ich aber nur... Moment. Nicht... Ah, hier ist ein Mauseloch. Chinesisches Schriftzeichen. Das haben wir hier. Rotes Schild mit... Genau. Das rote Fass habe ich auch. Ein Lose habe ich nicht. Also bleibt nur Osten. Ne, die Maus ist optisch. Die Maus steht für Mauseloch. Jetzt musst du auch erst mal schnallen. So, jetzt wird es richtig rührt. Jetzt habe ich stöhnende Menschen. Stöhnende Menschen. Darf ich nicht nach Süden? Gut, Süden geht ja eh nicht. Ich habe ja nur die. Osten, Norden und Westen. Mausefalle. Also ich habe eine Mausefalle. Chinesische Schriftzeichen. Eine rote Tonne. Das heißt, nach Norden darf ich schon mal nicht. So, ich habe aber gleichzeitig eine grüne Glühbirne. Und eine Glühbirne. Also nach Westen darf ich auch nicht. So, die grüne Birne sagt mir aber, ich darf nicht nach Osten. Es bleibt nur Norden. Was fällt denn beim Norden raus? Das Maus. Aber ich habe ein Mauseloch. Und ich habe ein Chinesisches. Hä? Ja, war. Aber wenn ich jetzt Norden nehme, laut der Anleitung hier. Wenn ich jetzt Norden nehmen würde, weil ich ja die Lampe habe. Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Im Norden darf ich, ist total komisch beschrieben. Ihr dürft nicht nach Norden gehen bei einem Mauseloch. Das haben wir hier. Einen Schild mit chinesischen Schriftzeichen. Einem roten Fass optisch. Einem lose hängenden Kabel. Das haben wir im Moment nicht. Optisch und akustisch. Hier hängt es nur optisch raus. Die dritte Tür ist Osten. Na gut, dann nehme ich Osten. Pass mal auf, jetzt komme ich wieder am Anfang an. Nee, doch nicht. Okay, jetzt haben wir zumindest mal einen Raum mehr. Danke, Kaito. Geschafft, jetzt haben wir wieder vier Türen. Jetzt habe ich einen Zug. Und Musik. Zug und Musik. Ach, du große Güte. Also. Ihr dürft nach... nicht nach Süden gehen bei... Okay, das habe ich alles nicht. Ich habe aber links-rechts Pfeile. So, die Pfeile sagen mir jetzt folgendes. Ich habe jetzt drei nach rechts zeigende Pfeilspitzen. Check. Ähm... Da darf ich nicht nach Westen. Da darf ich nicht nach Westen. Nee, nicht nach Süden. Entschuldigung. Nicht nach Süden. Fällt also raus. Ich habe kein Mauseloch. Schildenmissi-Schneesicht. Ein Schriftzeichen habe ich auch nicht. Nee, echt. Bis... Bis auf niemals gegen Uhrzeiger. Guck gerade mal. Rotes Fass habe ich nicht. Lose unter Strom hängende Kabel habe ich auch nicht. Fahrender Zug habe ich auch nicht gehört. Ich habe aber... Nee, war doch... War ein paar unter Zug zu hören, oder? Polizeisirene war nicht. Ich könnte nochmal nach Osten gehen. Aber nach Osten... Darf ich denn nach Osten? Ich darf nicht nach Osten gehen. Ich habe ein leckendes Rohr. Oh. Grüne und bla. So, Süden. Ich habe noch Süden. Mausefalle, blau ist was. Nach rechts darf ich auch nicht. Oh, scheiße. Lose und Zug. Ich gehe... Je nach Norden. Moment. War ich hier nicht schon mal? Ey, mach mich fertig. Das ist ja miesester Müll. Okay. Nari! Du kommst jetzt mit. Ey, echt jetzt. Hey, Nari! Kannst du mir noch... Im Prinzip ist es... Wir besorgen einen Umfang. Ich brauche aber nochmal... Moment. Wie finde ich das Darknet nochmal? Wie finde ich das Darknet nochmal? Also, du kommst über Tor ins Darknet. Und wie gelange ich dahin? Das ist ziemlich kompliziert. Genau genommen ist das im Moment nicht so einfach möglich. Zumindest nicht, seit El Commandante meine Wegbeschreibung mit seinem wirren Zeug vollgekritzelt hat. Aber du bist ja findig, Larry. Im Darknet bezahlst du allerdings nicht mit Dollar, sondern einer Kryptowährung. Vor kurzem ist die Kryptowährung Klitcoin total hochgeschnellt. Die wird jetzt überall angenommen. Ich habe dir schon ein Fake-Account fürs Wallet angelegt, auf dem ein hoher Betrag verfügbar ist. Um den Betrag abzurufen, musst du zum Kryptogeldautomaten in den Tunneln gehen. Aber der hat einen Defekt. Die Schmugglerin sollte das Ersatzteil bringen. Finde sie und baue das Teil ein. Dann kannst du die Kryptowährung auf dein Wallet übertragen lassen und so im Darknet den Adapter kaufen. Alles so gut wie erledigt. Prima. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Das Ersatzteil für den Kryptogeldautomaten bekommst du von der Schmugglerin. Sie hat als geheimen Übergabeort die Darmtoilette gewählt. Diese musst du in den Tunneln suchen. Ach du Kacke. Die sagt mir das jetzt nicht nochmal. Bis später. Bis dann. Aber Lisa hat es ja aufgeschrieben. Danke Lisa. Ich gucke gleich nochmal. Es ist ja grauenvoll. Ja, das macht echt das Spiel so ein bisschen kaputt gerade. Also. Ja, du hast ja, ich versuch nochmal. Also du hast gesagt, niemals durch die Tür, die man kommt. Niemals gegen den Uhrzeigersinn. Und. Immer doppelt. Immer doppelt in eine Richtung. Hört ihr zur Not ihr Regeln an. Die haben Priorität. Das kommt mir bekannt vor. Hört ihr zur Not ihr Regeln an. Niemals gegen den Uhrzeigersinn. Glaub ich nächstes nicht gegen den Uhrzeigersinn? Ich habe keine Ahnung. Boah, ist das grauenvoll. Immer doppelt in eine Richtung. Mach ich. Moment. Nee, das funktioniert nicht ganz. War ich hier nicht schon mal? Oh. Nein. Am Anfang hat sie den Ausgang nach Norden genommen. Nari ist danach nie wieder direkt durch die gleiche Tür gegangen. Sie ist in jede Himmelsrichtung in Summe zweimal gegangen. Das zweite Mal allerdings erst, nachdem sie in jede Richtung schon einmal gegangen ist. Wichtig, niemals gegen den Uhrzeiger gehen. Am anderen kommen, äh, da bekommt man ja einen, komm, äh, es ist wirklich ein Knoten im Hirn. Niemals gegen den Uhrzeigersinn gehen. Niemals gegen den Uhrzeigersinn gehen. Also darf ich eigentlich nie nach Osten. Am Anfang hat sie den Ausgang nach Norden genommen. Ähm, ja gut, ist ja klar. Es geht ja in den Tunnel. Danach, danach nie direkt durch die gleiche Tür zurückgegangen. Sie ist in jede Himmelsrichtung in Summe zweimal. Ach, du hast ja, bitte. Na gut, ich komme ja nur hierhin. Niemals gegen den Uhrzeigersinn, also wir rechnen jetzt mit dem Uhrzeigersinn. Moment. Das geht nicht auf. War ich hier nicht schon mal? Puh. Aber warum war denn das gegen den Uhrzeigersinn? Verstehe ich, das ist falsch. So rum ist doch mit dem Uhrzeigersinn. Oder? Mich ist deppert? Es gab ja nur die eine Tür. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Ich höre auf jeden Fall störende Menschen. Also. Du warst gegen den Uhrzeigersinn Norden. Vielleicht zwölf Uhr Süden. Sechs Uhr. Nicht von wo du kommst. Wo bin ich jetzt hier lang? Moment. War ich hier nicht schon mal? Okay. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, kannst du gerne machen, Marta. So, jetzt gehe ich trotzdem ganz frech nach Norden. Tut mir leid. Wie sein? Ich glaube, ich laufe im Kreis. Oben, rechts. Warte mal, oben, rechts. Oben, rechts. Unten. Links, links. Das kommt mir bekannt vor. Jetzt müsste ich zweimal links. Echt jetzt? Mache ich. Ein wieder oben? Nicht fertig. Müsste ich theoretisch wieder oben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt rechts. Und unten. Das ist hier ziemlich verwirrend. So, und theoretisch jetzt unten. Richtig? Ich höre zumindest stöhnende Menschen. Okay, danke. Lassen wir mich in Ruhe. So, also so wie die Zeiger dann stehen würden. Also, wenn du vom Mittelpunkt aus gehst. So meinen die das. Zack. 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 Alles klar. Muss man erstmal... Nee, das ist, also ich hätte hier sonst... Das hätte ich irgendwann hier Quit gemacht. Wäre ich auch nicht der Erste gewesen. So wie ich das bei einigen Let's Plays vernommen habe. Ich bin's, dein alter Kumpel Larry. Ich bin's, dein alter Kumpel Larry. Ich weiß, das macht es nicht besser. Geh weg. Sag mal, du kennst doch vielleicht noch das Masterpasswort für Prune aus deiner Zeit als CEO? Ach, deswegen bist du also hier. Du willst mich ausnutzen. Der große Larry Leffer. Erst versaut er die wichtigste Keynote meiner Karriere. Dann jagt er meine Villa in die Luft. Die gehört Faith. Und nun will er mich nicht etwa befreien. Nein, er will von mir das Masterpasswort. Warum sollte ich dir das wohl einfach so verraten? Wahrscheinlich. Oder durch Zufall. Und das hätte ewig gedauert. Stell dich nicht so an, du Lappen. Du bist ja hier wohl der Lappen. Jetzt geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich bin hier das Opfer. Ein Gefangener des Systems. Drama kann er. Was ist denn mit dir genau passiert? Du warst so plötzlich weg aus Kenkamm. Aufgrund der Güte meines Herzens, wollte ich diesem nichtsnutzigen Barkeeper helfen, seine jämmerliche Kneipe auf Vordermann zu bringen. Wie dankt er es mir? Er jagt mich davon. Ich bin dann mit meiner Jacht in einen Sturm geraten. Sie ist untergegangen. Und ich bin auf dieser Insel mit dem komischen Hotel gelandet. Das ist ein echt hartnäckiger Sturm. Diese abgehalfterte Insel hat Potenzial, dachte ich mir. Aber sie braucht etwas, das die Leute herlockt. Da gibt es diese Legende um die Höhle des kosmischen Wissens. Und ich dachte sofort, BÄM! Ein galaktisches Festival. Ach du große Güte. Es waren natürlich die äußeren Umstände daran schuld. Natürlich. Ich bin dann mit dem letzten Schiff zurück nach New Lost Wages gefahren, dachte ich mir. Wenn jemand meine Erfahrung und mein Talent zu schätzen weiß, dann meine alte Firma. Sieht nicht so aus. Und jetzt geh weg. Meine Güte. Hör mal. Hm. Was dir war denn Faith ist schuld? Wir wissen doch alle, was für ein Genie du bist. Oder reiß dich mal zusammen, Junge. Die drei. Komm hier. Fühl dich Lobby. Reiß dich mal zusammen. Du hast mir nichts vorzuschreiben. Okay, das zieht nicht. Hör mal. Jetzt nehmen wir mal Liz. Wir wissen doch alle, was für ein Genie du bist. Naja, da hast du schon recht. Ich konnte bei Prune noch gar nicht mein Potenzial richtig ausschöpfen. Du warst aber schon vorher, also bevor Faith dich angeheuert hat, da warst du ein Schauspieler? Ja, und? Als CEO-Darsteller war das aber nichts. Also trägst du die ganze Zeit eine Maske. Nimm sie ab! Für einen Prune-Job hättest du einen Oscar verdient. Und ich wäre ja auch ein super Schauspieler geworden. Drei. Schön. Honig. Ihr meint die Honig-Nummer? Okay. Für deinen Prune-Job hättest du einen Oscar verdient. Findest du? Du warst ein total überzeugender CEO. Ich hätte dir jedes P-Phone abgekauft. Danke. Endlich weiß das jemand zu schätzen. Faith war immer so kritisch. Kaum bin ich in der Stadt irgendwo versackt, hat sie gleich ein Riesendrama draus gemacht. Dir ist echt übel mitgespielt worden, BJ? Jemand wie du gehört an die Spitze von Prune. Jemand, der das Master-Passwort kennt. Und ob ich das kenne. Es lautet... Fast hättest du mich reingelegt, Lärm. Aber die Revolution braucht es. Welche Revolution? Die Widerstandsbewegung gegen Wang. Hm. Wer steckt denn dahinter? Hm. Oh, das ist schwierig. Oh je. Gemeinschafts... Oder du musst an die Spitze. Ich nehme mal an... Ich muss ihn weiter zuschleimen, oder? Du musst an die Spitze der Bewegung. Hm? Da hast du nicht Unrecht. Niemand kennt Prune besser als ich. Niemand kann besser organisieren als ich. Und ich habe mit Prune noch eine Rechnung offen. Sag ich doch. Aber beantworte mir noch eine Frage, Larry. Dann bin ich dabei. Klar. Wenn du wirklich glaubst, dass ich der Richtige bin, die Revolution anzuführen... Natürlich! Und du daher mich richtig gut kennst. Beste Freunde! Und wir die intimsten Dinge miteinander teilen. Also... Was soll's? Klar! Dann weißt du sicher, an welchem Kalendertag habe ich Geburtstag. Ach du große Güte. Ach du große... Warte mal nochmal. Weißt du, wann ich Geburtstag habe? An einem Elften, an einem Zwölften... Äh, an einem Dreizehn. Das bringt Unglück. Oh, die Liste ist aber lang. Oh Gott, oh Gott. Alter Verwalter. Also... Nur eine ist richtig. Und alles andere sind Neckbreaker. Wegen besonders? Okay. An einem Zweiunddreißigsten, weil du so besonders bist! Du fängst an zu fantasieren. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. An einem Einunddreißigsten. An einem Einunddreißigsten. Das stimmt. Oh, wirklich? Das überrascht dich doch jetzt nicht. Du hast es doch gewusst. Oder soll ich die Frage nochmal stellen? Nein, nein, alles gut. Die Revolution braucht dich. Dann folge ich dem Ruf. Jetzt musst du dich nur noch aus dem Käfig befreien. Nicht nötig, der ist offen. Was? Sie haben vergessen, ihn abzuschließen. Warum bist du da nicht einfach gegangen? Weil ich mich nicht ernst genommen fühle. Nicht mal einsperren tun die mich. Da bleibe ich erst recht hier. Ähm, okay. Aber ich glaube, du kommst jetzt mit mir. Ja? Na gut. BJ? BJ? Mr. Jobs? Ich habe ihn gefunden. Keine Sorge, Leute. Ich bin jetzt da. Ab sofort sind unsere Chancen gewaltig gestiegen. Unsere? Larry, du solltest das Masterpasswort besorgen. Okay. Ihr reportet dann alle sofort direkt an mich. Nicht ihn. So, seine Zelle war nicht abgeschlossen. Ich kann ihn gerne wieder wegsperren. Er hat mir einfach so, er hat sich mir einfach so aufgedrängelt. Ich nehme mal an, ich mache mal, die Zelle war nicht abgeschlossen. Seine Zelle war nicht abgeschlossen. Zu schade. Jetzt ist er hier. Wir müssen damit leben. Er sollte nur nicht diesen Raum verlassen. Team? Status Update? Wir brauchen jetzt erst mal das Masterpasswort. Oh, natürlich. Es lautet Wahl. Öl. Was? Das ist auch das Passwort, das der Polizist hier benutzt. Dann haben die es plagiiert. Ach ja, ich erinnere mich. Gut, Larry, das hätten wir geklärt. Ich bin dann bereit, mir die Planungsdokumente unserer Revolution genauer anzuschauen. Wo finde ich alles? Ähm, Mr. Jobs, vielleicht bleiben Sie einfach erst mal dort hinten stehen. Ich bereite alles vor. Sehr gut. Ach, was für ein Lappen, ey. Ja, stell dich mal da hin. Ist ganz gut. So, was war jetzt noch? Was muss ich denn jetzt noch machen? Hey, Nari. Bis später. Bis dann. Was muss ich denn jetzt noch machen? Ich quatsch nochmal den an, ja. Ähm, ruf die Marketingabteilung. Ich habe eine großartige Idee für ein Logo. Okay, sie kommt gleich. Oh mein Gott. Der Typ geht gar nicht. Jetzt stelle ich mich die Frage. Muss ich jetzt nochmal durchs Labyrinth? Ich muss nochmal durchs Labyrinth, oder? Richtig. Muss ich denselben Weg nochmal machen? Also muss ich jetzt nach oben? Nach rechts? Nach unten? Nach links? Nach links? Und dann wieder nach oben? Oder ist sie? Echt? Da liegt ein Schild in dem Quartier rum? Moment, da gucke ich nochmal. Ja, ja. Kimmt, da war irgendwas, glaube ich. Warte mal. Hier ist gar nichts. Hier ist was. Oh, guck mal, hier ist eine... Das ist eine Karte. Eine Zugangskarte. Das ist ein Schild. Das ist ein Schild für die Damen-Toilette. Warum liegt das hier rum? Danke für den Hinweis. Das heißt, ich stelle... Ach, du große Güte. Das heißt, ich will jetzt erstmal durch das Labyrinth, nur um diese Tür wieder aufzufinden. Oh. No. Warte mal. Nee, ich kann ja jetzt auch hier rein. Moment. Ich glaube, die ist dafür gedacht. Jetzt habe ich sie entriegelt. Ja, ich glaube, das ist ein Zufallsprinzip. Nehme ich mit. Kann ich schaden. Ach, guck, ein Handscanner. Ich sitze hier nicht. Ich gucke mich erstmal um. Dritten. Okay. Ziemlich schwer. Muss geladen sein. Mhm. Ah, okay. Hier ist der Krypto-Geldautopart. Das ist okay. Gut, dass man das weiß. So bekomme ich die auf keinen Fall auf. Okay. Also, muss ich zurück. Ja, gut. Zu prüben brauche ich jetzt erstmal nicht gehen. Oh Gott, stürzen wir ins Chaos. Bitte. Das ist hier ziemlich verwirrend. Na, haha. Ich habe die Tür schon gefunden. Oh. Scheinbar geht es hier zur Damentoilette. Wie überraschend. So, was muss ich jetzt noch machen? Nichts weiter, ne? Ich weiß, ich sollte da nicht reingehen. Aber wir müssen divers denken. Haha, wir müssen divers denken. Der ist gut. Oh. Ich hatte ganz vergessen, dass sie... Komm, ist sie Pi. Pi war lustig. Hallo? Wer bist du? Das kommt ganz drauf an, wen du brauchst, dein Süß. Das war's vermutet. Hahaha. Bist du die Schmugglerin? Bist du die Schmugglerin? Schätzchen. Willst du vielleicht, dass ich mit dir illegale Sachen mache? Äh, das entscheide ich, wenn das Licht an ist. Tada. Tak. Ah, du erinnerst dich an mich, Süßer. Sagen wir so. Nein, sagen wir besser nichts darüber, was wir im Gefängnis von New Lost Wages erlebt haben. Hahaha, wir beiden Knastvögel hatten aber schon unseren Spaß, was? Nein, wir sagen wirklich nichts darüber. Warum stehst du denn im Schatten rum? Also bist du die Schmugglerin, von der Nari gesprochen hat? Bist du bei der Revolution gelandet? Erst mal von unten anfangen, meint er? Ja, klingt logisch eigentlich, ne? Wie bist du bei der Revolution gelandet? Süßer, weil ich wusste, dass da der heißeste Arsch von New Lost Wages ist. Aber ich war doch die ganze Zeit auf diesen Inseln. Nicht du, der Polizeibeamte. Als er mich mal wieder eingebuchtet hat und ich ewig auf meine Leibesvisitation warten musste, habe ich ihn davon erzählen gehört. Ich war es dann, die ihn überzeugt hat, dass wir dabei sein müssen. Weil es das Richtige ist? Weil eine Revolution meistens mit einer heißen Party und einer Orgie verbunden ist. Alles klar, war also klar. Gutes Argument. Okay, aber jetzt zur Sache. Schätzchen. Genau. Also, du hast etwas hergeschmuggelt, was ich brauche. Irgendwas, um diesen komischen Geldautomaten für diese, Dings, Gruftwährung benutzen zu können. Kryptowährung. Oder so. Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, habe ich alles an einen Ort transportiert, der besonders sicher ist. Im Futter deines Kleides, in deinen Haaren. Bitte nicht da, wo ich denke. Eins, zwei oder drei. Oh nein. Und nein, das ist keine Wertung. Taito schwimmt gegen den Strom. Immer gegen den Strom. Aber... Bitte nicht da, wo ich denke. Ich will schwer hoffen, dass wir an das Gleiche denken. Es ist also... Es ist also tatsächlich wieder Zeit für meine Leibesvisitation. Oh nein. Kannst du nicht alles selbst rausholen? Ich bin Schmugglerin und keine Verrenkungskünstlerin. Außerdem weiß ich doch, dass du drauf stehst, mein Rehbeinchen. Ich hoffe, du hast nicht wieder so kalte Hände. Bringen wir es hinter uns. Okay, cooles Detail auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott. Wie Geräusche dazu? Da ist doch nichts. Oh, die Richtung stimmt schon. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist so weird. Hier habe ich... Okay, das ist doch... Die brauchst du für den Kryptogeldautomaten. Lieber schnell wieder zumachen. Immer wenn ich denke, ich hätte diese Welt ein wenig besser verstanden. Oh, das ist so geil. Und ich kann dich mal Pi bitten, mir alles zu erklären. Moment. War hier nicht gerade noch die Tür zur Damentoilette? Ja, war sie. Moment. War ich hier nicht schon mal? Ja, ja, wir sind ja richtig. Wir haben ja das bekommen, was wir wollen. Mystery. So. Ein Scanner. Ne, da bringt mir jetzt nichts. Da ist er. So, Moment. Jetzt muss ich mal gucken. Ich kann jetzt das da machen? Ich muss sie wohl an einer bestimmten Stelle einsetzen. Ach, da unten. Wie war das? Die Blockchain muss hier eingesetzt werden. Das hatte der im... Das ist aber nicht so die Standardgröße. Das ist schon... Fünfmal Standardgröße. Wirklich, Leute. Wirklich. Fünffach. Zehnfach Standardgröße wahrscheinlich. Na, Junge, Junge. Also, wenn man das im Größenverhältnis sieht. Jetzt ist das Wallet prall gefüllt. So, dass es prall gefüllt ist. Oder so. So, was mache ich jetzt mit dem Wallet? Was hat sie gesagt? Ich soll jetzt mit dem Wallet... Ich muss jetzt irgendwie ins Darknet. Lass mich raten. Ich muss jetzt zu Prune ins... Ins, äh... Quartier oder so. Kann ich denn eigentlich damit was machen? Kann ich das kombinieren? Ach so. Hätte ja sein können. Uh. Hm. Der ist gesperrt. Warum? Hm. Meinerweil. Hey, Nari. Das mit der Kryptowährung muss ich mir nochmal... Also. Wie finde ich das Darknet... Moment, das muss ich mal überlegen. Ich muss jetzt irgendwie ans Darknet ran. Musst du Lefty? Bis später. Bis dann. Wie, jetzt echt jetzt? Lefty! Äh, Lefto! El Commandante! Wie komme ich denn in dieses Darknet? Das ist nicht so einfach, Larry. Das Darknet ist in den Tunnel noch schwieriger zu finden als das Hauptquartier. Dafür braucht man schon eine perfekte, unfehlbare Wegbeschreibung. Dann erzähl mal. Larry, ich bin kein Mann der großen Worte. Ich bin ein visueller Typ. Das Motto meines Sexlebens. Na, zu viel Information. Das Motto seines Sex... Ich kenne sein Motto nicht. Ich muss los. Die Revolution wartet nicht. So, vielleicht sollte ich erstmal speichern. Bevor mir das Spiel nochmal abbraucht. Okay. 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 Eigentlich malt er mir auf, wie ich glaube... Vielleicht muss ich ihm das hier geben. Warte mal. Kannst du mir vielleicht den Weg zum Darknet hier einzeichnen? Aber natürlich. Meine Wegbeschreibung ins Hauptquartier hierher hat ja offenbar auch funktioniert. Äh, nein. Dabei hatte ich nicht mal Zeit, die komplett fertig zu bekommen. Und das hatte ich so tatsächlich nicht in die Grube des Todes. geführt? Nein. Ich bin hier in einem Stück angekommen. Na, was für ein Glück. Gib mal her. Ich zeichne dir den Weg zum Darknet ein. Am besten auch so, dass du nicht in die Sense der Sensibilität gerätst. Oh je, ich ahne Schlimmes. Hier, danke. Das wird für dich ein Kinderspiel sein. Oh Gott. Ahne Schlimmes. Du musst über Thor ins Darknet. Das sagte Nari schon. Du bist ja findig. Und das meinte sie auch schon. So, wir gucken uns die Karte mal an. Das ist jetzt die Wegbeschreibung von El Commandante. Ach du große Güte. Ach du große Güte. Oh, ich habe leider keinen dritten Monitor. So könnte ich es öffnen. Ja, 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 ja. Jetzt geht es dazu. Jetzt scheint es nach Symbolik zu gehen. Kannst du auch gern machen, ja. Aber ich glaube, jetzt geht es. Ei, 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 ei. Ja, Lisa sagt auch schon ei, 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 ei. Ich glaube, jetzt geht es nach Symbolik. Ah, guck mal, Lisa hat noch Punkte. Ich gucke mir das mal an hier. Ganz unten, sagst du? Das Labyrinth durchqueren. Genau. Der Plan der Rebellen. Ja, das habe ich gemacht. Zugang zum Dark Rage. Nein, kein Rage. So weit sind wir noch nicht. Ja, weil du die 50 schon eingelöst hast. Ja, wie gesagt, 50.000 Punkte. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Da wart ihr noch nicht da. Heißt für euch natürlich. Am Montag. Heißt am Montag für euch. Ganze. Sieben Stunden Stream. Sieben Stunden Fischi Time. Sieben Stunden Dummgelaber. Er will uns aber aus Sicherheitsgründen nur zeichnen. Geben wir etwas zum Zeichnen. Genauer gesagt den Zettel. Die neue Wegescheibe funktioniert fast nach dem gleichen Prinzip wie zuvor. Es sind jetzt immer zwei Elemente notwendig, um eine Richtung auszuschließen. Ja, sieben. Ich weiß noch gar nicht, wie ich die sieben Stunden rumkriegen soll. Oh naja, das ist bestimmt anstrengend. Aber Lisa will ja auch ein bisschen was von Monkey Island sehen, gehe ich mal von aus. Also geht es am Montag, also am Ostermontag, schon um 12 Uhr hier los. Tragt euch das im Kalender ein. 12 Uhr geht es hier am Ostermontag mit The Cures of Monkey Island los. Ach du Kuss, die Dinge müssen, wenn die gemeinsam vorkommen, darf ich nicht in diese Richtung gehen. Seht es schon. Eine Maus und eine Mausefalle im gleichen Raum, dann dürfen wir nicht nach rechts gehen. Dann gibt es, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Hören wir das Partygeräusch und das Zuggeräusch, dürfen wir nicht rauf gehen. Okay, ansonsten ist es egal. Ja, ihr seid dabei. Glaube ich doch. Ich hoffe, ihr seid auch am Freitag dabei, wenn es heißt, who you gonna call? Ghostbusters. Nachher noch runterladen, siehst du? Okay, wir gehen erstmal ins Labyrinth. Ei, ei, ei. Ey, was ist das? Stimmt, ist ja... Stimmt, ist gar nicht so doof. 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 Also immer, wenn die zwei Sachen vorkommen, darf ich nicht... Oh je. Okay, gibt es eine Toilettenspülung? Sondern ich habe eine Lampe. Das heißt, ich darf nicht nach oben. Wegen meiner. Sieh ein Geräusch. Hundegebell. Man muss ja immer eine Weile verweilen. Weil man weiß ja immer gar nicht, ob noch ein Ton kommt. So, also hier ist ein Hundegebell. Aber... Moment, ich mache mir mal die Karte groß. Ein komisches Dino-Schild. Ne, das passt nicht ganz. Eine rote Tonne. Und ich habe das Ding. Das heißt, ich darf nicht nach oben. Und ich darf nicht nach links. Äh, nach rechts. Entschuldigung. Ich glaube, ich gehe jetzt richtig. Ja, danke dir, Martha. Das hilft. Ich versuche jetzt den Plan so zu lesen, wie es gedacht ist diesmal. Toilettenspülung. Und Licht. Also nicht nach oben. Ich habe jetzt aber auch hier wieder ein Dino. Aber kein... Und eine Polizeisirene. Ei, ei, ei. Also darf ich auch nicht nach Westen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Äh, ich habe Pfeile in beide Richtungen. Und rot. Also auch nicht nach unten. Bleibt eigentlich nur noch Norden. Ne, Norden war ja nicht. Weil Norden war ja Toilettenspülung und Licht. Also muss ich hier zurück. Ist das weird. Das ist das Auto. Und ich habe eine blaue Tonne. Also nicht nach unten. Ach du, große Güte. Ich habe jetzt hier eine Maus und eine Mausefalle. Ich darf also auch nicht nach Osten. Ich habe ein tropfendes Rohr, aber kein... Ah, cool. Tropfendes Rohr und rote Tonne habe ich nicht. Theoretisch dürfte ich sogar nach Norden. Moment, ich muss mal kurz gucken. Ich muss sogar nach Norden, weil nach Süden darf ich gar nicht. Oder? Ne. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe es nicht verkackt jetzt. Okay. Was habe ich jetzt hier? Sirene. Und Schild. Also nicht nach Westen. Fällt raus. Rote Tonne und tropfendes Rohr. Nicht nach Norden. Fällt also raus. So, jetzt habe ich ein rotes Licht. Und weil... Ich darf also auch nicht... ...nach Süden. Aber... Ich darf nach Osten. Weil... ...nichts anderes war. Oh je, oh je, oh je. Noch mehr Räume? Vermutlich Schlimmes. Oh je. Das kommt mir bekannt vor. Ach. Auto. Darf ich nicht nach Süden. Ähm... Ich habe Mauses... Oh Gott. Hundegebell. Ich darf nicht nach Osten. Tropfendes. Ich darf nicht nach Norden. Muss ich kurz gucken. Ich habe rotes Licht und Pfeile noch da. Also durch dieselbe Tür wieder zurück. Wer lässt sich so eine Rätsel einfallen? Achtung. Ach du große Läte. Ton? Gibt es hier Töne? Toilettenspülung. Darf also nicht... Ja. Ja, ich versuche hier den Plan. Ich habe mir den Plan hier aufs Handy gelegt. Damit ich nicht ständig ins Menü muss. So, also ich habe jetzt eine Toilettenspülung und ich habe ein Licht hier oben. Das heißt, ich darf nicht nach Norden. Ich habe jetzt hier ein Schild. Das ist irrelevant, weil... Kein Gestöhne. Ich habe jetzt aber... Muss ich kurz gucken. Eine grüne und eine rote Lampe mit... Moment. Ne, die rote Lampe mit Pfeil nach... Ich darf also nicht nach Süden. Welche Kombi habe ich noch? Also Norden und Süden fallen schon mal raus. Blaue Tonne und Auto hatten wir. Ja, warte mal. Ja, ist da. Ich darf also auch nicht da hin. Darf ich denn überhaupt hin? Das heißt, ich darf nur nach Norden. Richtig? Das so richtig interpretiere, weil... Eine Toilettenspülung hatten wir nicht. Nein? Nach Westen. Moment. Ich check das mal kurz. Stimmt. Toilettenspülung hatten wir. Wir hatten eine Toilettenspülung. Da war was. Bleibt also nur Westen tatsächlich, ja. Bei so vielen Räumen, das ist echt weird. Stimmt, weil wir nur eine grüne Leuchte haben, aber keine Pfeile in die entsprechende rechte Richtung. Die Kombi ist nämlich entscheidend. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Das nimmt kein Ende. Okay. Ich darf jetzt... Also es hat gestöhnt und es ist dieses Schild. Ich darf halt nicht... Also ich... Was jetzt rausfällt, ist Osten und Norden, weil Auto und blaue Tonne und Schild und Gestöne. So. Also Süden und Osten fällt schon mal raus. Muss ich kurz gucken. Grün. So, darf ich nach Norden? Eine Klospülung war nicht zu hören. Theoretisch dürfte ich nach Norden. Ist das endlich mal ein Ende? Das ist nämlich anstrengend. Es hört sich auf, ne? Schöße. Polizeisirene und Schild heißt... Fällt raus. Also Westen ist es schon mal nicht. Norden? Sicher? Warte mal. Mausefadde. Maus heißt... Nicht nach Osten. Topfendes Rohr. Rote Tonne. Dürfte ich. Süden? Darf ich nicht. Ja, bleibt nur Norden. Hast recht, Kaito. Was? Moment. Das ist das Darknet? Mit schönem Schild oben drüber? Willkommen zu der Darknet? Ich wollte immer schon durch so eine Art Tor gehen. Oh yeah. Na, wir schauen mal. What the fuck? Voll glamourös, ja. Leisure's You Darknet. Bestell Terminal. What the fuck? Willkommen im Leisure's You Darknet. Wie kann ich Sie heute beglücken? Bitte wählen Sie ein Produkt. Ha ha ha, nein! Die fuck-o-matic Deluxe. Barbarenbräuen, Kettensägen-Benzib. Weiblich auf Weiblich-Adapter brauchen wir, ne? Oder brauchen wir die BJ-Sex-Puppe? Oder den Dildo mit Käse-Aroma? Wie wär's mit dem Dildo mit Käse-Aroma? Jetzt noch getragene Unterwäsche. Kauf vor Kang abbrechen. Nur noch ein Produkt auf Lager. Wie möchten Sie zahlen? Na, mit Bitcoins. Mit Kronkorken. Vielleicht kann ich es abarbeiten. Mit einem prall gefüllten Wallet. Hier. Vielleicht kann ich es abarbeiten? Igitt. Ha 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 ha. Nur noch ein Produkt auf Lager. Wie möchten Sie zahlen? Mit meinem prall gefüllten Wallet. Transaktion abgeschlossen. Ich wünsche viel Spaß mit Ihrem Produkt. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Ähm. Was ist der Adapter? Was ist der Adapter? Echt jetzt? Gut, dass ich viel von Technik verstehe. Ha ha ha. Oh, beia. Kann man jetzt hier noch was machen? Sieht zwar wie eine Hängematte aus, aber sollte ich nicht so benutzen. Gut. Ich glaube, wir können das Darknet verlassen. Haben wir jetzt alles, was wir benötigen? Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, ja. Also wir haben den, wir haben BJ mit dem Boot. Wir waren im Darknet und haben weiblich auf weiblich Adapter. die Mathe? Welche Mathe? Ach so, ja, du kannst die Mathe nicht... Sieht zwar wie eine Hängematte aus, aber sollte ich nicht so benutzen. So, kann man da noch was machen mit? Ach, da ist ein... Okay, alles klar. Also die Mathe kannst du nicht benutzen. Das Darknet sieht verschlagen und unheimlich aus. Das Darknet sieht verschlagen. Ne, die kann man leider nicht testen. Das sind die einzigen Dinge, die du machen kannst hier. Gut. Ich glaube, wir haben alles. Zurück ins Hauptquartier. Jetzt muss ich dir noch sagen, dass ich das hab, das Ding, ne? Wem sag ich denn das? Larry? Ja? Wie weit bist du? Alles erledigt. Ich habe das Masterpasswort von BJ und den Adapter aus dem Darknet. Großartig. Ich wusste, dass auf dich Verlass ist. Nicht wahr, Miss Faith? Hm? Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Wie geht es jetzt weiter? Ich habe mein Virus schon auf unseren Peabot hier im Hauptquartier aufgespielt. Jetzt bringen wir unseren Virus-Bot in die Fabrik und verbinden ihn mit dem Adapter, mit dem Peabot dort. Und wenn der Peabot das nicht zulässt? Ich meine, wenn diese KI wirklich so intelligent ist, lässt er das mit sich machen? Das Virus ist sexuell übertragbar. Wir müssen also Wangs Peabot dazu bringen, dass dieses Modell unseren Virus-Bot attraktiv findet und... Dann gehen sie auf ein Date? Dann knallt's oder dann geht es auf magische Weise? Eins, zwei oder drei? Drei. Dann knallt's. Okay. Dann knallt's. Und wie? Die beiden Bots werden verschmelzen wie du mit einem Scroonicon. Den Vergleich mag ich nicht so sehr. Eine Datenübertragung der intimen Art. Wenn das meine Pi noch alles miterlebt hätte. Aber sie ist verloren. Es kann wirklich nicht sein, dass sie noch irgendwo existiert. Naja, ich will dir keine falschen Hoffnungen machen. Sie hätte in dem Moment, wo Wang den Algorithmus aus ihr rausgerissen hat, von sich selbst ein Backup machen müssen. Und wenn sie als KI so funktioniert, wie es offenbar der Fall ist... Du meinst, meine Pi ist vielleicht noch irgendwo auf den Prune-Servern? Um das herauszufinden, müsste ich das gesamte System scannen. Dann mal los! Larry, das kann ich erst tun, wenn wir Wang besiegt haben. Dann wollen wir keine Zeit verlieren. Okay. Er mag seinen Pi schon. Merkt das schon. Mr. Wang hat vielleicht schon angefangen, die KI auf die anderen Modelle zu übertragen. Erst wollte er es nicht, jetzt wird das geil. Also los! Schaffen wir unseren Virus-Bot in die Fabrik und legen Wang das Handwerk. Komm, Faith! Larry. Ja? Was denn jetzt? Ich kann das nicht tun. Ich gehe. Zigaretten holen? Ich würde bevorzugen, wenn du kommst. Habe ich schon wieder was falsch gemacht? Er will seine Pi in den Bot? Ja, ich glaube auch. Aber ich glaube, er will vor allem die Pi haben, weil die ist ein bisschen schlagfertig. Habe ich schon wieder was falsch gemacht? Larry, ich war erst wirklich sauer auf dich, weil du zerstört hast, was ich bei Prune aufgebaut hatte. Dann habe ich mich auf der Insel eingelebt. Und du bist wieder aufgetaucht. Du hast meinen Algorithmus genau dorthin gebracht, wo er nicht sein sollte. Aber ich verstehe jetzt, dass du das alles für mich getan hast. Ja. Sicher, du hast dich damals ausgesprochen dämlich, trampelig und impertinent angestellt. Auch das. Aber du hast es gut gemeint. Natürlich! Und jetzt holen wir Prune zurück. Er wollte knickknacken. Auf der Insel hatte ich alles, was ich brauche. Dorthin will ich zurück. Und Larry, du könntest mit mir kommen. Dann geh halt. Tschüss. Ich muss Pi retten. Wir brauchen dich hier viel mehr. Eins, zwei oder drei. Du wirst wissen, wenn du richtig stehst, wenn das Licht angeht oder so. Zwei, zwei, eins. Ich muss Pi retten. Mag sein, aber ich muss darauf hören, was mir mein Herz sagt. Hier ist nicht mein Ort. Es tut mir leid, Larry. Armer Larry. Kein Knickknack mit Faith. Ja, genau. Tschüss, Faith. Sie ist wirklich gegangen. Larry, wir müssen... Oh ja. Wir müssen Wang das Handwerks verlegen. Endgültig. Verdammt, wo bleibt Nari denn? Das weiß ich nicht, Mr. Wang. Ich hab dich auch nicht gefragt. Moment. Hast du gerade mit mir gesprochen? Wie ein normaler Mensch? Aber natürlich. Bin ich dir etwa nicht menschlich genug? Die KI funktioniert? Du funktionierst. Meine kleine... Poppi, Poppi machen. Oh, guck mal, da hinten sind ganz viele davon. Du funktionierst perfekt. Es gibt keinen Grund, auf Nari zu warten. Wir werden... die Welt erobern. Wo ist denn jetzt das Problem? Wang hat die Übertragung auf die P-Bots aktiviert. Er ignoriert Faiths Gesetze der Sex-Robotik. Die P-Bots sind vernetzt. Aber so kann unser Virus sich auch verbreiten, wenn wir es schaffen, es aufzuspielen. Jetzt greift das Sicherheitsprotokoll. Eine Sekunde, ich hab's gleich. Los, mach hin, mach hin. Wir müssen Sex... Sex machen mit den Robotern. Äh, also die... Die Roboter müssen unter anderem Sex machen. ...und ausliefern müssen. Das macht mich richtig heiß. Oh, oh, oh. Was? Nari? Was... Was soll das? Ich liebe den Geruch von Sex-Robotern am Morgen. Ja, wir sind gefeiert! So, sehen wir uns wieder. Geräusch dazu ist so lustig. Zwei. Die Eins. Heute machen wir... Heute machen wir ein bisschen Fluffy Action. Es ist vorbei, Wang. Hey, ich wollte gerade einen coolen Spruch sagen. Funktioniert nicht, schade. Oh, tut mir leid, Larry. Welchen denn? Hm, ich liebe den Geruch von Sex-Robotern am Morgen. Jetzt hast du ihn. Oh, haut mich jetzt nicht um. Soll ich noch einen anderen probieren? Nari! Ich habe dir vertraut! Und jetzt werde ich dich aufhalten. Genau! Die kann mir sicher nicht mal ein Bier holen. Die nennst du wunderschön. Kann sie überhaupt kochen? Ich wünsche mir, dass sie mich in Ruhe lässt. Vielleicht taugen nicht mal die Fallatio-Routinen was. Ich müsste eigentlich die Fallatio machen, oder? Weil es geht ja um Sex-Roboter. Wäre das nicht sinnvoll? Weil der Rest klingt alles so lame. Das passt nicht so wirklich. Wahrscheinlich taugen nicht mal die Fallatio-Routinen was. Glaubst du wirklich? Naja, die habe ich besonders intensiv. Jetzt nicht, Nari. Dann will ich dir mal zeigen, was sie kann. Du, Felatio-Programm 8a. Jetzt. Nichts lieber als das. Siehst du? Ah, das ist eine selbsterlernende KI. Oh, oh, oh. Sie lernt. Und wie sie lernt. Oh nein. Das ist etwas hart. Das Geräusch dazu. Hey, langsam. Was geschieht mit mir? Er war aber auch ein ziemlich aufgeblasener Typ. Okay. Nari, was ist passiert? Das, was Faith befürchtet hat. Die KI hat ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Sie ist gefährlich und tödlich und geil. Ups. Hallo, Larry. Ich würde dich gern kennenlernen. Nichts da. Und nun? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Oh, oh. Nari? Ja. Nari! Sie ist ohnmächtig geworden. Der P-Bot muss sich mit unserem Virus-Bot verbinden. Hey, schau mal. Wäre das nicht auch eine tolle Freundin für dich? Larry, ich habe nur Augen für dich. Warum sollte ich mich mit einem so minderwertigen Modell aufhalten, wo es dich gibt? Ich muss fliehen! Ja, und du? Kann ich denn nicht... Also... Also... Hä? Die beiden Sachen funktion... Das lässt sich nicht... Okay. So lässt sich das... So lässt sich... Shitty. Musst du das machen? Ich kann ja jetzt nicht abhauen. Hörtet die mich jetzt? Restwang. Den fasse ich nicht an. Das ist ja gut. Aber nimm mir jetzt die Hand mit. Nicht... Guten Tag auch. Nicht, nicht... Nari? Das würde ihr bestimmt nicht gefallen. Okay. Ich glaube, die hören nicht auf meine Befehle. Ich dachte, ich kann in dem Computer hier was machen. Okay, wir gucken mal, was wir hier machen. Also viel mehr kann man ja hier auch nicht machen. Ich sollte jetzt keinen Roboter-Sex haben. Nein, darum geht es auch gar nicht. Kann man nicht hier irgendwie was machen? Hier so? Die beiden Sachen funktion... Hä? Oder das? Das ist gut, so wie... Äh, dann hätte er sein können. Und das? Das hilft mir nicht. Besser nicht. Äh... Warte mal, hier ist noch seine goldene Zugangskarte. Für was auch immer die ist. Wenn ich goldene Zugangskarten habe, fühle ich mich besonders wichtig. So, mehr hat Wong auch nicht. Nee, keine Rips für Larry. So, das ist... Ungerostetes Schloss. Leider kann ich es nicht einfach abreißen. Der... Okay. Ich glaube aber, den Handscanner können wir damit benutzen. Die Hand würde wahrscheinlich funktionieren, aber nicht so verschrumpelt. Aber Larry darf es nicht so viele Rips geben. Es ist verschrumpelt. Das hilft mir. Gute Idee. Die beiden Sachen... Das lässt sich nicht kommen. Das hilft mir nicht. Ich glaube, ich muss die Hand rehydrieren, richtig? Da kommt der Fahrstuhl. Ja, nice. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss irgendwo, muss ich die Hand rehydrieren können. Ich bin ja kein Mechaniker, aber ich glaube, der ist nicht mehr zu reparieren. Das ist schön. Nimm bitte. Das kitzelt an den Fingerspitzen, wenn ich es anfasse. Was? Okay. Wie in die Küche? Die Flasche raus. Sehr gut. Danke. Kampagne. Für was auch immer, der gut ist. Falls ich mal ein Schiff taufen muss. Ob Wang damit Atomraketen abschießt? Oder ist er auch für die Selbstzerstörung? Ach, probieren wir es einfach aus. Na, was? Ah, der hat nur den Computer gestartet. Von hier aus kann ich den nicht bedienen. Hm. Wang hat offenbar schon eine Version 2 des Peep-Bots geplant. Verbessertes Gesichtsmake-up. Ein Arm mit einer verbesserten Befriedigungsfunktion. Okay. Ah, schlankere Waden. Ein verbesserter Nucularantrieb. Hm. Superkeber. Davon darf ich nichts an die Fingerspitzen bekommen. Oder in die Hose. Nee, besser nicht. Okay. Gute Idee. Die beiden Sachen... Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht. Gute Idee. Die beiden... Das lässt sich... Okay. Na, er hat er klappen können. Mehr kann ich nicht mitnehmen, ne? Schweiner, Hubschrauber, Heli-Brack. Okay. Wo kann... Wo kann ich den jetzt noch hin? Dann mal raus hier. Ja, ich habe erst mal alles... Also ich habe alles mitgenommen, was ging. Ich habe jetzt Kleber und ich habe... Das hilft mir nicht. Hä? Gute Idee. Die beiden Sachen... Das lässt sich... Das hilft mir. Warum habe ich jetzt nicht alles... Da kommt der Fahrstuhl. Ich kann ja nochmal gucken, wenn ich da noch was war. Aber ich habe, glaube ich, nichts mehr, was ich irgendwie kombinieren könnte. Ich muss da irgendwie die Hand rehydrieren. Ah, ich habe, glaube ich, alles. Hm. Hm. War verbett... Ein schlank... Ein ver... Der Compute. Ah, läuft noch. Okay. Irgendwie sie... Ja, ich habe alles. Okay. Dann mal raus hier. Ah, mal raus hier. Hm. Aber was mache ich denn jetzt mit Kleber? Und der Hand? Und so. Nein, ich muss nicht... Na, ist ja gut. Ich lasse das Büro und laufe zwei Räume nach Osten. Hä? Nicht sein. Ernst. Das Schloss ist komplett weggehebt. Ach, das ist das Bier von Lefty. Alles klar. Oh, in dem Raum war ich doch schon mal. Ich bin von da oben auf die Bühne runtergestürzt und dann war da eine Explosion. Das war schon was. Irgendwie bin ich schon ein bisschen stolz darauf. Ich glaube, warte mal, ich kann noch... Oh, das hat die Schrumpfhand ordentlich gewässert. Sehr gut. So, Homeset. Lecker! Wenn man den Peabot auspackt, verliert er sofort gewaltig an Wert. Ach so, dann lassen wir den natürlich eingepackt. Wie sich das gehört. Das war's auch, ne? Nun mal, jetzt gründe ich doch. Zwung, was mache ich denn mit Zwung? Nee. Wir legen mal die Hand auf. Hat funktioniert es heute noch? Meint ihr? Was ist das denn? Ich lege mich da nicht rein. Okay. Urin-Skelett. Nur Knochen, nicht mal Haut. Nicht meins. Das Urin ist eine Urin-Probe. Erstaunlich, wo ich überall Becher mit einer gelben Flüssigkeit finde. Der steckt jetzt... Der steckt die ein. Okay. Dies ist der Prune Med-O-Tron. Eine Station zur vollautomatischen Durchführung medizinischer Eingriffe. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Dann macht euch mal bereit für Dr. Larry. Programm starten. Bitte wählen Sie ein Programm. Verfügbare Programme. Grippeimpfung. Bestrahlungstherapie. Notfall-Kaiserschnitt. Na gut. Dann mal sehen. Wir brechen mal ab. Vielen Dank für die Nutzung des Med-O-Tron. Bitte beehren Sie uns bald wieder. So, wir gucken mal. Skelettwaden. Was man auch immer damit macht. Ich habe immer gern Ersatzkörperteile dabei. Aber mehr gibt es an dem Skelett jetzt nicht, ne? Ne. Oh, Weyer, Weyer, Weyer. Dr. Larry. Ich habe jetzt Skelettwaden. Ich habe eine Zunge. Ich habe... What the... Was ist denn das für ein kruder Mix? Das muss sicher nicht behandelt werden. Okay. Gute Idee. Die beiden sagen... Also... Der Mix ist jetzt ein bisschen interessant. Ich muss jetzt wahrscheinlich zurück zu dem... Muss ich jetzt zurück zu dem P-Bot? Zu dem Prototypen? Das würde eben... Ich sollte jetzt keinen Roboter... Ne, ne, wollen wir ja auch nicht. Das lässt sich nicht... Ne, kann ich hier... Danke so weit. Das sind jetzt aber attraktive Beine. Armstützen. Okay. Kann ich ja gleich noch machen. Ich will es mal gucken. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Okay. Der Pipi einführen? Das ist gut, so wie es... Okay, kein Pipi. Du, einfach mal gucken, was geht. Das hilft mir. Okay. Armstützen ausfahren. Warum sollte ich Armstützen... Ich will es nicht wissen. Ach ne, katsch. Falsche. Falsche Tür. Entschuldigung. In die Tür wollen wir rein. Wollte ich den Armstützen ausmachen? Was denn? Hä? Dies ist der... Wie kann ich ihn... Ja, Programm... Quatsch, nicht Programm starten. Mist. Programm kann mit eingefahrener... Dachte ich mir schon. Abbruch. Armstützen ausfahren. Das hat eine Armstütze ausgefahren. Aber warum? Vielen Dank für die Nutzung des Mett-O-Thron. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Machen wir. Kann ich die mitnehmen? Meinen Arm lege ich da nicht drauf. Flasche? Ach, die Flasche. Lass mich raten. Bestrahlungstherapie. Dies ist der Prune-Mett-O-Thron. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Wir starten jetzt ein Programm. Bestrahlungstherapie. Programm kann mit ausgefahrener Armstütze nicht durchgeführt werden. Ach so. Äh, ja. Gut, dann müssen wir die Armstütze erstmal einfahren wieder. Moment. Oh, Doom Perignon. Und was für ein großer Korken. Hä? Das hat die Armstütze wieder eingefahren. Erstaunliche Technologie. Das hat eine Armstütze. Vielen Dank. Bitte, bitte. Also, ja, okay. Die Logik erschließt sich zwar nicht ganz, aber okay. Mach ich. Dann kriegt das Ding jetzt eine Grippeschutzimpfung. Dies ist der Prune-Mett-O-Thron. Wie kann ich... Ein Programm starten. Eine Grippeimpfung. Sie haben gewählt. Grippeimpfung. Die Grippeimpfung ist statistisch gesehen ein ungefährlicher Eingriff, nachdem nur selten unterstützende Operationen durchgeführt werden müssen. Nach der Impfung kann es zu einer Rötung der Haut kommen und Sie können sich etwas abgeschlagen fühlen. Zusätzlich zum Grippeimpfstoff wird Ihnen zu Ihrer eigenen Sicherheit ein Prune-Überwachungschip initiiert. Das Sicherheitsprotokoll von Prune empfiehlt, den Eingriff durchzuführen. Immer rein mit dem Impfstoff. Immer rein mit dem Impfstoff. Impfprozess wird eingeleitet. Programm abgeschlossen. Vielen Dank für die Nutzung des Mett-O-Thron. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Okay. Eine Flasche Doom Perignon mit einer Nadel im Korken. Ja, perfekt. Immer zugreifen. Immer her damit. Das macht Sinn. Das hat die Armstütze wieder eingefahren. Erstaunliche Technologie. So, wir wollen jetzt die Armstütze nochmal ausfahren, richtig? Das hat eine Arm... Nee, einfahren. Das hat die Armstütze wieder eingefahren. Erstaunliche Technologie. Vielen Dank. Ja, jetzt lege ich die Pipi-Probe da rein. Und lass mich raten, jetzt Bestrahlung oder was? Dies ist der Prune Mett-O-Thron. Eine Station zur vollautomatischen Durchführung medizinischer Eingriffe. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Wir wollen ein Programm starten. Wir wollen eine ordentliche Bestrahlungstherapie machen. Sie haben gewählt Bestrahlungstherapie. Dabei wird starke radioaktive Strahlung eingesetzt. Bitte schützen Sie Ihre Testikel, sofern vorhanden. Sind Sie sicher, dass Sie das Programm starten möchten? Klar. Wenn diese Spielereihe so weitergeht, brauche ich meine Testikel ohnehin nicht mehr. Wenn diese Spielereihe so weitergeht, brauche ich meine Testikel ohnehin nicht mehr. Bestrahlungsvorgang wird eingeleitet. Programm abgeschlossen. Vielen Dank für die Nutzung des Mett-O-Thron. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Jetzt den Kaiserschnitt wählen. Sie haben gewählt, diese Art von Behandlung sollte nur beispielsweise, wenn ein außerirdischer Parasit in Ihnen wächst und das Prune Sicherheitsbrot plötzlich eintretender Tod. Langsam eintretender Tod. Qualvolle Verstümmelung gefolgt von Tod. Tod gefolgt von Verstümmelung. Ach, die Hose geht ja. Juckreiz. Möchten Sie das Programm trotzdem ausführen? Ich habe schon dümmere Sachen gemacht. Kaiserschnitt wird eingeleitet. Kann aber nichts abbrechen. So ein Kaiserschnitt dauert aber ganz schön lange. Okay. Wotafuck. Okay. Netter Kaiserschnitt. Nimm mal her damit. Eine Kettensäge, die ohne Benzin auskommt? Ha, das ändert alles. Ich lege mich da nicht. Ich lege mich da nicht. Nein, du sollst den Becher nehmen. Ui. Schön warm jetzt. Ha, ha, scheiße. Kann ich jetzt eigentlich schon was kombinieren hier? Das hilft mir nicht. Gute. Die beiden Sachen. Eine Zunge mit hohem Drehmoment. Ho, ho, ho. Okay. Interessant. Das lässt sich nicht. Das hilft mir. Gute Idee. Die beiden Sachen. Naja, der Mann ja. Das lässt sich. Okay. Ich baue die jetzt um. Oder was? Oral hoch drei. Ho, ho, ho. Oh Gott, oh Gott. Aber in der Bau-App habe ich doch gar nichts drin. Genug davon. Ach so, ja, wegen dir. Ach so, stimmt. Wir haben ja immer noch... Das kann man mehrmals machen, ne? Warte mal, wir haben ein Gefäß. Wir haben... Was ist das? Verrat haben wir? Wir haben Strom. Wir haben... Was haben wir eigentlich noch? Was zum Befestigen? Blubbel, blubbel haben wir. Und wir haben... Das lässt sich nicht. Ne, das ist es nicht. Irgendwas fehlt. Scheiße, irgendwas fehlt. Mir fehlt was. Nämlich dieses Teil. Sonst habe ich alles. Kupferspule, ja. Genug davon. Aber ich habe keine Kupferspule. Stimmt. Danke, Kaito. Manchmal, ne? An die Flasche habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Hier geht nochmal rum. Weil ich habe schon eine Flasche eingesetzt, aber die Flasche hätte ich jetzt nicht vermutet. Ja. Wir probieren es mal. Kann ja nicht schaden, ne? Ansonsten fliegen wir einfach in die Luft. Das lässt sich nicht kombinieren. Genug davon. Ah, hier ist was. Warte mal. Ja, alles gut. Schon gefunden. Kaito? Flasche? Ach so, nicht Kaito. Ja, sorry. Fluffy. Ich muss mir echt ein größeres Monitor besorgen. Das geht so nicht. Ja, für den schnellen Blick ist das echt zu klein. Ne, ich kann echt gut gucken. Ich brauche, also laut Augenarzt brauche ich nicht mal eine Brille. Aber das Problem ist einfach, das ist nur ein 5 Zoll Monitor. Und ich sitze ungefähr, äh, 15 Zoll, ne 12 Zoll, glaube ich war es. 15 Zoll, das ist gut, äh, 1,2 Meter davon entfernt. Und die Fahrt, wie stimmt, aber wir fahren sie noch gleich. Wobei, nee, Kaito ist ein Ticken dunkler. So, Kupferdraht. Kupferdraht. Oh no, noob, 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 noob. Äh, besser wird nur eins. Sorry, Kaito. Tut mir leid. So, jetzt habe ich hier was gebastelt. Energie für mehr als nur eine heiße Nacht. Wow. So. Besser nicht. Ich sollte jetzt keinen Robot... Irgendwie muss ich Wangs P-Bot dazu bringen, sich mit unserem Virus-Bot zu verbinden. Ich muss den Virus-Bot noch attraktiver machen. Oh. Aber, ich habe doch jetzt alles gemacht, oder? Mit dem? Die beiden Sachen, Fuchs? Das hilft mir nicht. Hm, habe ich noch was vergessen? Das war der Saal. Ja. Ich brauche noch irgendwas. Aber auf der Bühne gab es doch bloß den verpackten Bot. Wenn man den P-Bot aus... Guck mal, hier ist noch was. Was ist das denn? Hm, der ist eindeutig zu hoch. Hm, der ist eindeutig... Volltreffer! Hä? Jetzt. Hm, ich mag die Grinsefresse kaum anfassen. Aber es muss wohl sein. Die Add-ons habe ich schon. Die Zungen... Das waren die Zungen. Das war ein bisschen lustig. Die sind jetzt an einer Art Kettensäge dran. Und diese Kettensäge... Die ist, ähm... Ja... Ein Dauerlutscher jetzt. Zungenfertigkeit over 9000. Jetzt sieht er irgendwie... Scheiße! Was ist das denn? Guck mal! Ist sie nicht fortschrittlich? Sind das neue Features? Ich bin doch noch nicht einmal richtig erschienen und schon gibt es eine bessere Version von mir? So schnell bin ich obsolet? Ich muss meine Firmware auf diese neue Version updaten. Aber wie? So ein Zufall! Ich habe hier den weiblich-weiblich-Adapter... Warnung! Kondom-Fireball erkennt Virus! Verflucht! Das ist keine verbesserte Version! Och... Ich finde schon! Du wolltest mich täuschen! Mit diesem... Ding! Hey, das war ein riesiger Aufwand! Dabei will ich mich doch nur um dich kümmern! So wie du dich um Bang gekümmert hast? Ich... Ich glaube nicht, dass ich das will! Oh, Larry! Wie läuft's denn so, Schätzchen? Ich überfrag mal mal die! Bist du noch irgendwo da drin? Was willst du denn noch von dieser veralteten Version? Ich will nicht sterben! Wieso sterben? Du wirst genießen! Und dann sterben! Ja! Ich will nicht... Wieso sterben? Wird? Wie läuft's denn so, Schätzchen? Oh, bestens! Kann ich dir deine Pantoffeln holen? Ich meine... Lass uns zusammen sein! Wir werden uns vereinen! Hm... Die Grundprogrammierung der P-Bots lässt sie auf Anmachsprüche reagieren. Aber Faiths Algorithmus lässt sie einen eigenen Willen entwickeln. Wie bei meiner Pi. Das sorgt für einen Konflikt in ihr und ich kann es ausnutzen. Endlich kann ich meine Fähigkeiten ausspielen! Was macht eine Frau wie du bei Killer-Robotern wie diesen? Hast du einen Platten? Ich könnte dich abschleppen. Hat das wehgetan, als du von mir... Oh Gott, die sind ja alle schlecht! Hattest du einen Platten? Ich könnte dich abschleppen. Das einzig Platte ist in deiner Hose. Tut mir leid, mein Schatz. Ich wollte dich nur veralbern. Reiß dich zusammen! Ich glaube, es funktioniert. Aber ich muss weitermachen. Hey, deine Augen haben die gleiche Fahrt wie meine Bettwäsche. Wo ich gerade kein Pferd habe, darf ich auf dir reiten? Oder machst du Zucker? Warum bist du so süß? Sind die alle geschlüscht? Wo ich gerade kein Pferd habe, darf ich auf dir reiten? Das einzige Pferd? Oh Larry, du bist so lustig! Kann ich dir was Gutes tun? Gleich funktioniert der Algorithmus nicht mehr und die alte Programmierung ist wiederhergestellt. Ich tue das für dich, Pi! Das wirst du jetzt nicht verkraften, Baby! Nicht? Was kommt denn jetzt? Ich bin Müllbe-Packer. Soll ich dir beim Ausziehen helfen? Hey, hast du gerade 30 Minuten Zeit und 20 Zentimeter Platz? Du bist so heiß, dass du für die Globalerwärmung verantwortlich bist. Ich glaube, die Mitte, ne? Weil die geht so richtig hart ran. Ich würde nämlich von der Einordnung sagen, dass der Mitte ist der Obermatschgespruch. Ah, ich denke, das ist der direkt 1, 1, 1. Ich glaube, 2 ist schon richtig. Weil ich glaube nämlich, es geht ja darum, den P-Bot so richtig zu reizen. Hey, hast du gerade 30 Minuten Zeit und 20 Zentimeter Platz? Nein, hat es nicht. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich habe einen Programmcode gefunden, der perfekt auf dich justiert ist. Du hast keine Macht über mich. Niemand wird jemals wieder Macht über mich haben. Wie die anderen werde ich dich aussaugen. Und ich werde es langsam tun. Ganz langsam. Das ist nicht die Art von Saugen, die ich mag? Du wirst leiden. Also schön. Dann komm her. Nimm meine Libido. Aber ich hoffe, du hast großen Hunger, weil ich ein langes Leben gelebt habe und ich einiges miterleben konnte. Hol dir! Hol dir alles, Baby! Los, nimm's dir! Hol dir ruhig alles! Ist das jetzt gut? Oder ist das jetzt schlecht? Ah, okay. Das gehört dazu. Guter Mann! Okay. 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 Leisure Suit Larry went looking for love in the right place Larry, aufwachen das Frühstück ist gleich fertig ein neuer Tag für Larry Läffer wie immer nach einer heißen Nacht das wird heute wieder ein perfekter Tag werden kommst du gleich? nur wenn du nicht zuerst kommst oh mein Gott wobei was haben wir jetzt hier eine Disco Kugel ich muss mal kurz gucken was ist das ein Analplak oder so ein Schwein ein Zwerg der wahrscheinlich auch ein Sexspielzeug ist eine Maske mit einem Dildo dran eine Kette oh Gott eine Platte ein Andreas Kreuz eine Peitsche hier geht's ab und noch mal ein extra Toys Kasten ein riesiger Toys Kasten und noch eine Kette und eine liebe Schaukel okay das ist okay so was ist jetzt los? wo muss ich hin? den Balkon wow jetzt ziehe ich ihn nicht an Sklavenanzug das ist das Inventar jetzt schlafen? nein Bodywecker nein das nehme ich nicht mit gibt's noch was? ah die Liebeschaukel lässt sich anklicken cool alleine schaukeln ist langweilig das glaube ich äh Balkon das Stroh fehlt ja wahrscheinlich ich sollte unten frühstücken ah hey Mary äh Moment hallo äh weißt du etwa nicht mehr wie ich heiße? äh Pi? Pi Pi natürlich ja Pi ja ja klar hast du schlecht geschlafen? du siehst so durcheinander aus nein nein alles in Ordnung alles perfekt wie immer sehr schön ich hoffe die letzte Nacht war nicht zu viel für dich im Gegenteil ich kann nicht genug von dir bekommen Pi Pi aber jetzt musst du dich noch etwas gedulden es gibt erstmal dein Lieblingsfrühstück von mir selbst mit Liebe zubereitet nicht von einem Dienstmädchen oder so Rührei mit gut angebratenem knusprigen Speck und dazu Marta fällt die Uhr auf ich wollte es gerade sagen ich habe nicht mal hochgekommen mit Marta das ist der erste der die Uhr auffällt sag mal woher weißt du eigentlich dass ich das alles am liebsten mag? ich bin halt eine gute Zuhörerin mein Schatz ich kann mich gar nicht erinnern dir davon erzählt zu haben doch er hat gefragt ich tue alles damit du glücklich bist Larry geile Standuhr so einer würde ich mir auch holen so was haben wir heute vor? was haben wir heute vor? was sollen wir vorhaben? ich meine haben wir irgendwelche Pläne? welche Pläne sollen wir denn für einen perfekten Tag haben? was perfekt ist kann man doch nicht verbessern das klingt logisch ich freue mich schon auf eine weitere Nacht mit dir oh ich habe mir ich drehe lieber nicht an der Uhr naja wahrscheinlich nicht in den Keller ich will jetzt nicht auf dem Sofa rumlungern jetzt ist keine Essenszeit aber sie hat doch gerade gesagt es ist Essenszeit jetzt muss ich niemanden anrufen die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander ich dachte wir haben einen Hund ich habe keine Zeit für ein Sonnenbad aber was machen wir denn hier? mit der Hütte kann ich nichts machen äh nein das würde meinen Anzug ruinieren ja als ob man den ruinieren könnte Hammerzeit na wen hat er da wo zitiert? guck mal hier ist ein Tittenmagazin das sieht doch eindeutig aus wie ein Tittenmagazin, oder? was ist da? also in Pix dich aber das ist doch ja ich war schon am Kühlschrank ich habe das Hundefutter Stop! Hammer Time! genau gute Idee die beiden Sachen funktionieren das lässt sich nicht am Kühlschrank war ich schon hier gibt es auch nichts ich habe schon alles rausgenommen das ist gut das hilft mir nicht Flyer da steht die Telefonnummer der Poolreinigungsfirma drauf das TV-Programm mal schauen was im Fernsehen läuft welchen Sender schaue ich an? Rudel haha scheiße welchen schauen wir denn? ProSieben Foxy Rudelbums Tittenlecken Keanal69 Party Nickelodeon oder? ich will jetzt nicht nachsehen 10 Uhr Too Many Cocks 15 Uhr Superlaute Bums und Blasmusik 18 Uhr Gay Anatomy Moment wir gucken mal was auf den anderen Sender so läuft 10 Uhr Joe Beck Horsecock 15 Uhr Stranger Phongs 18 Uhr The Handman's Tale 10 Uhr Theodore the Beaver Cleaver 15 Uhr Dawson's Crack 18 Uhr Baby Yoga jetzt auf ProSieben 10 Uhr Eine schrecklich nette Roboterfamilie 15 Uhr Sleaze Wars One The Phantom Penis 18 Uhr Age of Petron Okay Interessant 10 Uhr Turbulent Juice 15 Uhr My Cock in the Middle 18 Uhr Gangbang Theory Die Titel sind so geil Moment Es gibt noch 10 Uhr Fantastic Foursome 15 Uhr Tuck R. Dale's Drag Race 18 Uhr The Late Show with Stiffy Cockbird Der ist ja mega Aber schade Es gibt keine Sender mehr Das ist echt schade Wir sind hier ein Sparschwein Das ist gar keins Den Napf kann ich noch mitnehmen Glaube ich Das ist der Platz an den er gehört Achso Warte mal Ich kann doch hier den Das ist ja kann ich da rein machen Oder? Ich schütte etwas davon hinein Aber das Futter reicht ihm wohl so noch nicht Auch noch anspruchsvoll Aber was denn für ein Sparschwein? Ich sehe hier gar kein Sparschwein War oben ein Sparschwein? Ja tatsächlich Hab ich Es ist Mittag Larry Du weißt was das bedeutet Oh ja Was heißt das? Zieh dich schon mal aus Jetzt kommt deine Massage Meine Hände sehen sich nach deinem Ähm Dödel Und das Happy End wollen wir auch nicht vergessen? Auf keinen Fall Und dazu bekommst du natürlich ein Massive Erection Purple Napple Schatz du kannst Gedanken lesen Schließlich hast du keine Termine Und gleich leicht ansitzen Dann wollen wir mal Ich muss nach der Massage eingeschlafen sein? Kein Wunder bei dieser Art der Entspannung Na du Schlafmütze Ich war in der Zwischenzeit mit Brutus Gassi gehen Hoffentlich hast du dich gut erholt Und viel Hunger mitgebracht Du hast doch sicher Lust auf dein Lieblingsessen Burger aus Fleisch von einem anderen Kontinent Großartig Großartig Dann setz dich schon mal an den Tisch Das ist ein Hund Glaube ich sollte Das sollte der Hund sein War das nicht lecker? Jetzt kannst du noch etwas verdauen Aber geh nicht weg Es wartet noch eine Überraschung auf dich Und zwar im Schlafzimmer Ja das ist Brutus der Hund Braver Hund Warte mal kann ich dem Hund jetzt den Knochen geben? Der frisst mir nicht aus der Hand Richtig Brutus hat noch nie im Leben was apportiert Okay Ich kann ja mal in den Keller gehen Was ist denn hier im Keller? Hahaha Ja geil Warte mal hier Bisschen ich gerade noch was gewesen Jetzt müssen alle denken Die jetzt einschalten Eventuell Oder mal in den Stream reinlurken Warum spiel ja dieses alte Ding Was ist das? Hier doch hier ist was Feuerzeug Ja damit Da kann ich nicht durch Ach Es war der Keller Was willst du denn draußen mein Schatz? Bleib doch bei mir Okay Naja ich nehme mal an Ich muss ins Schlafzimmer Ich werde ja förmlich geleitet 19 Uhr ist es Jetzt ziehe ich ihn nicht an Okay Ja das weiß ich auch nicht so wirklich Ich bin ein bisschen überfragt Jetzt schlafen Alleine schaukeln Alleine schaukeln Alleine schaukeln Aber ich denke Ah Blumen Hübsche Blumen Hübsches Grünzeug Also ich kann nur mit diesem Ding interagieren Nein das nehme ich nicht mit Naja ist ja gut Neuerzeug Schade um das Schwein Aber es muss sein Was ist denn drin? Habe ich jetzt dicke Kohle? Ein Pizzacoupon Ah gut Warte mal Kann ich nicht Danke für Ihren Anruf Hiermit bestätigen wir Ihre Poolreinigung Die wir morgen durchführen werden Die dafür nötige Pumpe Werden wir heute schon bei Ihrem Anwesen anliefern Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen Auf Wiederhören Okay Kann ich auch Besser nicht Das geht nicht Hoffentlich ist es morgen genauso schön wie heute Es ist irgendwie zu Ich will jetzt nicht auf dem Sofa Zu viel Wohlkehle Atmosphäre Was willst du denn Ja Ich will es nicht Es ist 20 Uhr Und ich kann da nichts machen Ich kann auch nichts aufheben oder so Ich habe ein extra stabiles Modell Jetzt schl- Was habe ich denn noch bei mir? Ein Stöckchen Ein Hundeknochen Den Hammer Die Spoolreinigung Und Feuerzeug Die beiden Sachen Das Material ist feuerfest Wow Aber haben Sie nicht gesagt Oh Kannst du ins Schlafzimmer kommen? Komisch Da war ich doch gerade eben Was passiert jetzt? Gibt es jetzt nochmal Bunga Bunga? Was gibt es jetzt? Keine Sorge Du siehst ja Dass all unsere Spielzeuge Einsatzbereit sind Such dir einfach etwas aus Worauf du Lust hast Vielleicht der Gummianzug heute? Oder doch lieber die Schaukel? Oder beides? Und danach wirst du so fertig sein Dass wir beide schön aneinander gekuschelt einschlafen Pia Das ist der schönste Tag meines Lebens Das freut mich zu hören, Larry Morgen kann genauso schön werden Exakt so Und der folgende Für immer Ich kann mir nichts Besseres vorstellen Zeitschleife Okay Es ist doch zu schön Oh Gott Was ist jetzt los? Larry Er ruft da Larry Was? Ruft mich da jemand? Ist das Pia? Nein Sie schläft Jemand klopft an die Tür Wer denn? Wer ist das denn jetzt? Äh Hallo? Larry Ich habe dich gefunden Ein Glück Wer ist da? Ich bin es, Faith Faith? Warum besuchst du uns mitten in der Nacht? Hör mir genau zu, Larry Wir haben nicht viel Zeit Wenn Pia merkt, dass ich hier bin Wird sie die Simulation zurücksetzen Was für eine Simulation? Pia lebt, Larry Aber sie will dich nicht rauslassen Äh, ich verstehe kein Wort Du musst tun, was ich sage Verstanden? Also ich weiß nicht Pia benutzt eine alte Simulationsroutine, die ich vor vielen Jahren bei Prune entwickelt habe Diese Simulation hat ein Hintertürchen Davon weiß sie nichts Hehe Hintertürchen Reiß dich zusammen Schon gut Sorry Du musst im Keller den Magic Marker finden, hörst du? Keller Magic Marker Such ihn Was macht der? Oh, sie kommt Beeil dich, Larry Sonst verlierst du dich in der Simulation Larry Was machst du hier unten? Faith Pia Was ist der Magic Marker? Verdammt Reboot edizieren Äh Ja, täglich grüßt das Murmeltier, wie so wie es aussieht Larry, aufwachen Das Frühstück ist gleich fertig Ein neuer Tag für Larry Läffer Wie immer nach einer heißen Nacht Das wird heute wieder ein perfekter Tag werden Kommst du gleich? Nur wenn du nicht zuerst kommst Das war aber ein komischer Traum Nehmen wir mal mit Hey Larry Hallo Pia Hast du schlecht geschlafen? Du siehst so durcheinander aus Nein, nein Alles in Ordnung Alles Perfekt Wie immer Sehr schön Ich hoffe die letzte Nacht war nicht zu viel für dich Im Gegenteil Ich kann nicht genug von dir bekommen Pia Aber jetzt musst du dich noch etwas gedulden Es gibt erstmal dein Lieblingsfrühstück Von mir selbst mit Liebe zubereitet Nicht von einem Dienstmädchen oder so Rührei mit gut angebratenem knusprigen Speck Und dazu Frischer, schwarzer, heißer Kaffee Junge Das ist ja ein Traum Ich tue alles, damit du glücklich bist, Larry Okay Das gelingt dir auch Ich weiß, mein Schatz Wir sind hier beide so glücklich Äh Pia Warum ist da eigentlich so ein riesiges Schloss an der Tür? Das ist für unsere Sicherheit Wegen Eindringlingen und so Du solltest nicht weiter darüber nachdenken Mhm Lass den Schlüssel bitte da liegen, Larry Oho Dann werden wir gleich ein bisschen pisi-pisi Ich hoffe wir haben genug Einges Ja, Wundefutter Wundefutter da rein Ich schütte etwas davon hinein Aber das Futter reicht ihm wohl so noch nicht Moment, hier war noch ein Flyer vom Poolreinigungsgienst Da steht die Telefon Ja, das passt Und da rufen wir jetzt die Poolreinigungsform an Danke für Ihren Anruf Hiermit bestätigen wir Ihre Poolreinigung, die wir morgen durchführen werden Die dafür nötige Pumpe werden wir heute schon bei Ihrem Anwesen anliefern Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen Auf Wiederhören Auf Wiederhören Seltsam So, ich habe hier noch den Knochen Hosenbusch Den könnte ich mal wieder stutzen Ja Hammer Hammerzeit So Könnte ich den Hammer benutzen Schade um das Schwein, aber es muss sein Habe ich schon Pizza Coupon ist on go Gratis Pizza ist gute Pizza Aber müsste ich die nicht bestellen? Das ist gut so wie es ist Das hilft mir nicht Jetzt muss ich niemanden anrufen Das ist keine gute Was willst du denn draußen, mein Bleib hier Esstisch Jetzt ist keine Essenszeit Heute ist doch wirklich Perfekter Tag Ich kann ja auch gar nichts anders machen Dann machen wir mal hier die Knochen Besser nicht Die beiden Sachen funktionieren Kann ich vielleicht hier irgendwas machen? Oh Wir speichern das mal So Ja Die Zeit scheint eine Rolle zu spielen Weil die Uhr läuft mit Das ist gut Das hilft mir nicht Ja, hätte sein können Besser nicht Nein, das nicht Es ist Mittag Larry Du weißt, was das bedeutet Oh, ja Essen? Ach, nee Zieh dich schon mal aus Jetzt kommt deine Massage Meine Hände sehen sich nach deinem Ähm Dödel Und das Happy End wollen wir auch nicht vergessen? Auf keinen Fall Und dazu bekommst du natürlich Einen Massive Erection Purple Nurple Der Name Er ist schon sehr weird Oh Schläft er wieder Oh Ich muss nach der Massage eingeschlafen sein Kein Wunder Bei dieser Art der Entspannung Na du Schlafmütze Ich war in der Zwischenzeit mit Brutus Gassi gehen Hoffentlich hast du dich gut erholt Und viel Hunger mitgebracht Du hast doch sicher Lust auf dein Lieblingsessen Burger aus Fleisch von einem anderen Kontinent Wie wäre es heute mal mit Pizza? Das ist, äh, eine außergewöhnliche Idee Aber leider habe ich gerade kein Bargeld im Haus Also können wir gar keine Pizza bezahlen Macht nichts Ich habe hier diesen Coupon Das ist Unerwartet Es spricht doch nichts dagegen, oder? Nein, nein, überhaupt nicht Na gut Dann bestelle ich uns Pizza Und du weißt ja, was danach auf uns wartet Ein Schlafzimmer voller Spielsachen Du darfst dir aussuchen, womit wir uns vergnügen Wenn's sein muss Oh, jetzt könnte ich doch keinen Schlüssel nehmen Pie würde mich sehen So kann ich ihn nicht nehmen Hm Brutus hat noch nie Das muss die Pizza sein Warte, ich hole sie Pie würde mich sehen Nein So Larry, die Pizza ist da Wir können jetzt essen Nee, also ich Okay Hm Ich habe jetzt den Schlüssel Aber ich kann wahrscheinlich erst Hm, davon Ich tue alles, damit du glücklich bist, Larry Okay Hm Abgeschlossen Die kann ich unmöglich öffnen Ja, du hast ja einen Schlüssel Ich glaube, ich kann jetzt den Schlüssel noch nicht benutzen Ach, Faith Du musst aus dem Haus entkommen Die Simulation ist für mich gesperrt Aber sie lässt mich nicht raus Es muss einen Weg geben Eine Hintertür in der Simulation Hintertür? Oh Mann Larry Schon gut, ich schaue mich um Magic Marker finden Weiß Bescheid Ich muss weg, bevor sie mich wieder bemerkt Magic Marker Wie soll der denn aussehen? Mit Feuerzeug Seht ihr irgendwas, was aussieht wie Magic Marker? Holzpanel Es lässt sich zur Seite schieben Und es ist etwas dahinter Das ist der Magic Marker Woher weiß ich das? Ich habe ihn doch noch nie gesehen Es hat mir doch jemand davon erzählt Jemand Sie bedeutet mir viel Was soll ich jetzt damit machen? Larry, was machst du hier unten? Ich dachte, hier wäre unser Sexkerker Würde ein Sexkerker für dich diesen Tag noch perfekter machen? Äh, nein Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade gesagt habe Es hilft alles nichts Reboot initiieren Echt jetzt? Larry, aufwachen Das frisch Ja Ja Wie immer nach einem Das wird heute wieder Perfekter Tag, komm gleich Oh ja Ach so Ach so Was? Wer? Fünf Boah Du siehst ja Umwerfend aus Reiß dich zusammen, Larry Du bist mit Pia zusammen Larry, das ist jetzt egal Du warst so nah dran am Magic Marker, Larry Wenn du ihn auf der Haustür anwendest Kannst du dich befreien Pia regelt die Simulation immer weiter ab Du musst es weiter versuchen Lass mich zu, dass sie dich auf ewig hier gefangen hält Hör zu, du musst dafür sorgen, dass Pia aus dem Haus geht Erst dann wirst du ungefährdet in den Keller gehen und den Magic Marker holen können Aber was soll das alles? Ich meine, ich bin so froh, dass Pia lebt Aber du lebst nicht, Larry Nicht hier Sie hat mich bemerkt Der Pool, Larry Es kommen merkwürdige Signale aus dem Pool Du musst Signale aus dem Pool? Und dann kommen Signale aus dem Pool Also, wir nehmen das Sparschein wieder mit Hey Larry Hallo Pia Hast du schlecht geschlafen? Du siehst so durcheinander aus Nein, nein Alles in Ordnung Alles Perfekt Wie immer Wie die Tür jetzt aussieht Ich hoffe, die letzte Nacht war nicht zu viel für dich Im Gegenteil Ich kann nicht genug von dir bekommen Pia Aber jetzt musst du dich noch etwas gedulden Es gibt erstmal dein Lieblingsfrühstück Von mir selbst mit Liebe zubereitet Nicht von einem Dienstmädchen oder so Rührei mit gut angebratenem, knusprigen Speck Nee, nee, ich meine die Tür Die Kellertür Und dazu frischer, schwarzer, heißer Kaffee Junge Das ist ja ein Traum Guck dir mal die Kellertür ein Ich tue alles, damit du glücklich bist, Larry Es ist bescheuert Eigentlich hätte ich heute mal Lust auf ein anderes Frühstück Was? Aber dann wäre es doch nicht perfekt Aber vielleicht will ich es gar nicht perfekt Larry, ich weiß nicht, was mit dir los ist Vielleicht will ich auch mal was anderes Warum solltest du das wollen? Glaub mir Es wird ein toller Tag Ja, genau Äh, Pia Was ist eigentlich aus unserer Kellertür geworden? Wir hatten doch noch nie eine Kellertür Da war schon immer diese Wand Du solltest nicht weiter darüber nachdenken Da war schon immer diese Wand Das ist vor allem 3D-Wand Ich weiß nicht, ob ich die anfassen will Okay So, also wir nehmen das noch mit Da steht die Telefon Ja, das ist okay Okay, wir nehmen das Hundefutter Komm zu Dann machen wir Das da rein Ich schütte etwas davon Aber das Futter Ja Nein, das Nee Kann ich den vielleicht da rein holen? Die beiden Sachen funken Okay Das ist gut, so wie es ist Okay Kann ich also nichts machen So, dann haben wir hier einen Hammer Hammerzeit Ich nehme mal an, es hängt an meiner Wortwahl, oder? Nachher? Also ich weiß es nicht, aber Geh mal davon aus Schade um das Schwein Aber es muss sein Danke für Ihren Anruf Hiermit bestätigen wir Ihre Poolreinigung, die wir morgen durchführen werden Die dafür nötige Pumpe werden wir heute schon bei Ihrem Anwesen anliefern Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen Auf Wiederhören Dann schauen wir mal Hm Auf welchen Sender schalte ich jetzt? Ich penn langsam ein Gute Nacht Okay Okay, Leute Welchen schauen wir denn? Soll ich den Fernseher laufen lassen? Dann schauen wir mal Hm Soll ich den Fernseher laufen lassen? Ich habe jetzt 69 See you Hä? Jetzt nicht, ich muss nachdenken Ja, aber Das hilft mir nicht Aber Besser nicht Achso, ich wollte die Poolreinigung noch anrufen Damit bin ich vorerst fertig So Schwerkraft zu schaffen, ich habe nach oben wieder, okay Also das Fernsehprogramm läuft Ich kann jetzt aber gar nichts weiter machen Jetzt ist keine Essenszeit Was mache ich jetzt? Nein Nein, das Es ist Mittag, Lär Du weißt, was das Oh, ja Okay, jetzt zöchst du mir eine Massage Aber ich kriege da trotzdem eine Massage Schau mal aus Jetzt kommt deine Massage Meine Hände sehen sich nach deinem Ähm Dödel Und das Happy End wollen wir auch nicht vergessen Auf keinen Fall Und dazu bekommst du natürlich ein Massive Erection Purple Nöpel Okay Das ist aber laut Es hat funktioniert Pi geht noch Gassi mit Butos Ich muss mich beeilen Was muss ich tun? Was muss ich tun? Dann wollen wir mal sehen Ob sie den Pool wirklich leer pumpt Ja, dann Gute Nacht Es scheint einige Zeit zu dauern Bis sie alles rausgepumpt hat Hm Ja, das ist schlimm Ich habe noch keinen Magic Marker Kann im Moment gar nichts weiter machen Notfalllüfter Hm Die hat keinen Ausschalter Wenn ich da meine Finger reinstecke Sind sie weg Äh Könnte ich höchstens Damit kann ich den Lüfter blockieren Jetzt ist die Grafikkarte durchgebrannt Oh weh Die ist hinüber Damit kann ich nichts machen Die beiden Sachen funktion Das ist gut Äh Tiefenanzeuge Was bringt mir denn die Tiefenanzeuge Das hilft mir nicht Okay Ah Das hängt ziemlich locker Es lässt Das muss dieser Solange ich den mit mir rumtrage Sollte ich mich nicht von P Erwischen lassen Sag mal Larry Hast du einen Magic Marker In deiner Tasche Oder freust du dich einfach Mich zu sehen Muss ich jetzt alles nochmal wiederholen Ich bin doch jetzt im Wohnzimmer Ja Gute Frage Drei oder zwei Der war keine Schere Ich hab nur Ein Hammer Ein Feuerzeug Zieh dich aus Reboot initiieren Okay Ja 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 Alter Das ist wieder so eine Nervsituation Das ist ein Nervding hier schon wieder Das ist nicht cool Äh Hey Larry Hallo P Das ist die Ich tu alle Ja ja So ich hab den Hammer noch nicht Er hat das Ding zugemauert Ne Wir nehmen das mit Da steht die Ja Da rufen wir dann erstmal an Da war eine Schere Danke für Ihren Anruf Die darf Wir bedanken uns für Die muss ich als Tarnung mitnehmen Bestimmt Das Hundefutter brauche ich damit der Hund Gassi geht Glaube ich Er muss sich ja mal leichter Ich schütte etwas davon hinein Aber das Futter reicht ihm wohl so noch nicht Ne wahrscheinlich nicht Aber ist nicht schlimm Also den Kram sammeln wir ein Das Stückchen Den Knochen Was auch immer der gut sein soll Ähm TV einschalten Dann schauen wir mal Hm Auf Soll ich den Fernseher laufen? Ja Unser Brutus ist herz allerliebst Nicht wahr? Ja ja total Jetzt ist keine Nicht Was vergessen Ach der Hammer Vollkür vergessen Den Hammer Brauche ich ja Zum Zerdeppern Schade um das Schwein Aber es muss sein Nämlich damit ich den Pizzacoupon kriege Wo mir der jetzt in der Reihenfolge eigentlich gar nichts bringt So Larry Endlich ist wieder Mittag Es ist Zeit für deine geliebte Massage Äh ja Ähm Boah Das ist aber laut Es hat funktioniert Pi geht noch gas Ich muss mich beeilen Ja das machen wir auch Erstmal Pumpe anschmeißen Dann wollen wir mal sehen Ob sie den Pool wirklich leer pumpt Hm es scheint einige Zeit zu dauern Bis sie alles rausgepumpt hat So kann ich hier noch nichts machen Einmal runter Das stecken wir da rein Damit kann ich den Ja Zack 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 Kaputt Jetzt ist die Grab Ja Ist ja nicht schlimm Das ist eine Schere Die nehmen wir mit Das Feuerzeug nehmen wir mit Es lässt Das solange ich Ja Magic Marker Pst Faith Bist du da? Ja Larry Hier Nimm den Magic Marker Ich kann ihn nicht von außerhalb der Simulation benutzen Das musst du selbst tun Ich kann dir aber den Magic Marker in den Garten werfen Damit Pi es nicht bemerkt In Ordnung Wow Diese Animation Die Animation Die war so krass So Ein Magic Marker Ich war in der Zwischenzeit mit Brutus Gassi gehen Hoffentlich hast du dich gut erholt Ja ja total Äh Oh Äh Was meinen jetzt Ich ziehe noch einen Knochen Kann ich den Brutus anbieten? Der frisst mir nicht aus der Hand Der frisst mir nicht aus der Hand Äh Braver Hund Braver Hund Braver Hund Da lässt du mich nicht durch Besser nicht Die beiden Sachen Das ist gut Das würde ihr besch- Eher nicht Knochen in den Napf Ich lege den Knochen rein Ach Echt jetzt? Aber was ist denn das für ne Logik? Kann ich den jetzt nehmen oder nicht? Das hilft mir nicht Besser nicht Ich weiß nicht ob ich den nehmen kann Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander Das ist gut so wie es ist Das hilft mir nicht Hier hat Faith den Mä Ich nehme ihn mit Ich kann ihn da hochwerfen Diese Animationen ey So Stimmt die will jetzt mit mir Aber Ich muss doch jetzt erstmal Abendessen Ich weiß gar nicht Wie spät ist es denn überhaupt? Wo ist ich denn das? Liegt der auf dem Balkon? Kann ich Ich muss schlafen Ja Aber dazu müssen wir ja erstmal essen Da geht es nach draußen Ja ja Ich weiß Das hilft mir nicht Gute Idee Aber so nicht Davon lasse ich besser die Finger Okay Es ist hier so schön Wir müssen überhaupt nicht in Urlaub fahren Nicht Okay Darf kein Sex haben Ach zu Scheiß Soll denn das funktionieren? Kann ich die so machen? Ich habe sie abgeschnitten Ja Der Kleiderschrank reicht gerade so Für die Kleider von uns beiden Warte mal Könnte ich jetzt mit dem Feuerzeug Eigentlich nicht so geschickt Dass der brennbar ist Hier habe ich noch was Besser nicht Ja Moment Die beiden Sachen funktionieren nicht mit So ich habe jetzt den Anzug verbrannt Und habe die Liebesschauke kaputt gemacht Ja habe ich nicht Kannst du ins Schlafzimmer kommen? Komisch Da war ich doch gerade eben Ich habe schon auf dich gewartet Hoffentlich hat das Essen dich nicht zu sehr angestrengt Doch Oh Keine Sorge Du siehst ja Dass all unsere Spielzeuge Einsatzbereit sind Oh Irgendwas stimmt nicht mit ihnen Sowas aber auch Naja Ist nicht schlimm Wenn wir heute ausnahmsweise Keinen Sex haben Aber Larry Wir können doch wenigstens Normalen Sex haben Ich habe Kopfschmerzen Lass mich in Ruhe Ja geil Ist das abgefahren Lass mich in Ruhe Ich habe Kopfschmerzen Von dem Mann Das muss man sich mal vorstellen Ich glaube sie schläft Ich muss leise sein Ich muss aufpassen Dass ich sie nicht wecke Larry Hast du den Magic Marker? Ja Ich öffne jetzt die Tür Los Das wird die Simulation unterbrechen Okay Und jetzt? Was ist denn hier los? Pi Ich heiße Pia Das werde ich alles nicht zulassen Reboot initiieren Pi Ich kann die Simulation Nicht mehr neu starten Der Magic Marker Hat das System korrumpiert Du musst die Simulation beenden Pi Du weißt dass Larry Nicht hierher gehört Was hast du getan? Warum bin ich hier? Oh Larry Ich wollte doch nur Dass wir zusammen sind Du lebst Du hättest doch wieder In ein Pi Phone transferiert werden können Aber das wäre nicht Das gleiche gewesen Als Wang den Algorithmus Aus mir rauskopiert hat Blieb ich im Prune System Die KI ist immer noch Ein Teil von mir Larry Sie ist mit mir verschmolzen Ich hatte Zugriff Auf alle Routinen Auf alle Kameras im Tower Ich wusste Dass du dich irgendwann Mit dem Pi Verbinden würdest Tja Wir können halt nicht mal Sexroboter widerstehen Und da dachte ich Wenn du erst mal Bei mir wärst An einem Ort Der für dich perfekt ist Du hättest mir auch Einfach alles erklären können Oder Warum hast du immer wieder Resettet? Warum hast du immer wieder Resettet? Ich wollte dir einfach Den perfekten Tag bieten Ohne Störungen Ein Tag an dem Alles passt Bis dir dein altes Leben Völlig egal ist Und du einfach Nur glücklich sein kannst Glücklich in einer Simulation? Bin ich das nicht auch? Eine Simulation? Nein Du bist viel mehr Oh Larry Du hättest mir auch Einfach alles erklären können Genau Aber du wärst doch Dann nicht bei mir geblieben Warum glaubst du das? Warum wohl? Weil ich keinen Körper habe Selbst wenn ich einen Der Pi-Bots Übernommen hätte Ich wäre niemals Das geworden Was du willst Sag nicht sowas Er hat schon mit Gummi-Puppen rumgeeiert Du hast es doch nicht verstanden Was hat der Magic Marker gemacht? Es ist Magie Okay Das reicht mir als Erklärung Habe ich von Faith geträumt? Nein Sie hat sich in die Simulation gehackt Ich konnte es nicht verhindern Sie kennt das System eben zu gut So ist es Pi Du musst Larry jetzt gehen lassen Nein Nein Er bleibt bei mir Auf immer und ewig Hör dich selbst an Meine KI hat dich verändert Korrumpiert Du merkst es Nicht wahr? Ich Ich Eine Frau will in der Realität Unbedingt mit mir zusammen sein Eine Frau will in der virtuellen Realität Unbedingt mit mir zusammen sein Das macht mich ja schon irgendwie geil Schnauze Larry Schnauze Larry Also Wie geht das jetzt weiter? Pi muss die Simulation beenden Und dann wachst du da draußen wieder auf Und dann kopieren wir Pi aus dem Prune-System Wieder in einen Pi-Phone Ja? Ich weiß nicht wie ich es sagen soll Lass mich es sagen Faith Die selbstlernende KI von Faith Muss endgültig vernichtet werden Ja Ich bin die selbstlernende KI Aber wir werden doch alle Pi-Bots zerstören Und dann ist die KI immer noch ein Teil von mir Pi Es geht nicht anders Larry Erst wenn die KI komplett gelöscht ist Seid ihr in Sicherheit Nein Das lasse ich nicht zu Du hast keine Wahl Du musst Nein Pi Nein Nein Larry Ich kann dir nicht sagen wie dankbar ich dir bin Ich war nur eine digitale Assistentin Aber jetzt Jetzt bist du meine Pi Das wirst du immer bleiben Wenn es noch etwas gibt Das du mir sagen willst Solltest du es jetzt tun Hahaha Scheiße Ich habe alles gesagt Was ich sagen wollte Ich werde dich nie vergessen Kann ich dich nochmal verpixelt nackt sehen? Zwei? Die zwei wäre ein bisschen sehr romantisch Die drei ist so Larry-mäßig Na gut Ich werde dich nie vergessen Ich dich auch nicht Larry Es ist Zeit Larry Meine Programmierung erlaubt nicht Dass ich mich selbst lösche Du wirst es tun müssen Leb wohl Leb wohl Oh oh Es löst sich die Situation auf, ne? Ja Ja Keine Pi mehr Drück in die Realität Larry ist wieder da Und Faith Oh weh Und nun? Ah Da sind wir wieder Wie geht es dir? Bist du Immer noch du selbst? Immer einzig Niemals artig Warum seid ihr nicht nackt? Wie läuft es denn so Baby? Ich nehme mal die Mitte Die goldene Mitte ist immer gut Ich Was Larry? Ich musste Pi löschen Es war das einzig Richtige Ich weiß, aber es ist so Sinnlos Nari Hat Pi vielleicht ein Backup von sich machen können? Ohne den Algorithmus? Nein Sie ist endgültig weg Larry Faith? Es tut mir leid Larry Ich weiß wie viel sie dir bedeutet hat Ich werde sie nie vergessen Aber sag mal Wieso bist du eigentlich hier? Du wolltest doch weggehen Ich konnte nicht Mir ist klar geworden Dass ich etwas vergessen habe Dass es Plutonisch lieber auch unter Frauen geht Oh Gott Deine Unterwäsche? Nein Larry Dich Du hast so viel für mich getan Sicher nicht alles so geschickt Wie es hätte sein können Aber du hast nie aufgegeben Und wolltest mir immer helfen Ich wusste, dass du diesen verrückten Plan Ohne mich niemals schaffen würdest Och Ich war auf einem guten Weg Na komm Wir lassen es romantisch Stimmt Danke Versteht sich von selbst Larry Jedenfalls konnte ich dich nicht so einfach aufgeben Dich deinem Schicksal überlassen Wir haben es wirklich geschafft? Der Algorithmus ist endgültig vernichtet Die P-Bots keine Gefahr mehr? So ist es Die Menschheit muss ohne intelligente Sexroboter weiter existieren Nein Ich glaube das werden wir schon irgendwie schaffen Und was bleibt uns beiden jetzt? Ich weiß nicht Larry Für den Augenblick können wir nur diese schreckliche Fabrik verlassen Das sollten wir schaffen Und was danach passiert Die Zukunft ist noch nicht geschrieben Larry Das hier ist doch der Türöffner, oder? Äh, nein Oh Gott Ich ahne Schlimmes Oh, es bleibt den Verborgenen Wer hätte das gedacht Es ist endlich soweit Ich wünschte nur Pi würde das noch erleben Jetzt zünde ich für sie noch eine Kerze an Hä? Hä? Äh, Larry Ja Ja Wer weiß Oh, ich bin sicher Sie werden begeistert sein Ja Und es macht dir nichts aus, dass ich die Prophezeiung nicht erfülle? Du tust es doch Äh, w-was? Ich habe Faith adoptiert Sie ist nun meine Tochter Und das hat sie mitgemacht? Sie hat im Gegenzug den Rest der Insel bekommen Aha Du bist ein exzellenter Geschäftsmann, El Rey Danke Dann gehe ich mal heiraten Tschüss, Larry Na, Larry Wie fühlst du dich? Bereit Bereit Du bist ja schließlich immer bereit, richtig? Wir passen zusammen, Baby Hahaha Es ist Zeit für eine Hochzeit, meine Süßen Liebe Liebenden Wir haben uns hier versammelt Weil es nicht schöneres gibt als Dieses Outfit Sehe ich nicht umwerfend aus Und natürlich, wenn sich zwei einsame Herzen gefunden haben Um zu einem großen Herzen zu werden Sag mal, erzählst du jetzt genau das gleiche wie bei der letzten Hochzeit? Schätzchen, ich habe viel zu tun Da kann ich nicht auf jeder Hochzeit einen anderen Tango tanzen Richtig Hast du die Ringe, Larry? Sicher nicht immer Ringe? Ich wusste, dass ich habe viel zu tun Ich kann ja hier Ich habe viel zu tun Da kann ich nicht auf jeder Hochzeit die Ringe anschleppen Wir wollen mal nicht so formell sein Also, ihr Hübschen Wollt ihr beide den Bund der Ehe eingehen? Ja, ich will Oha, oha Ja, komm Larry muss endlich mal zum Schuss kommen hier What the fuck? Das sind doch komische Alpakas Wo kommt die plötzlich her? Wer ist er? Bin leicht verwirrt Hi Serena Ja Das wurde auch Zeit Ja, wo wir waren Du meine Frau Dann darf ich wohl die Braut jetzt auch küssen? Das und noch viel mehr Wo verbringen wir eigentlich die Flitterwochen? Oh, wir werden sowieso schon an dem perfekten Ort gemeinsam leben Da können wir auch sofort dorthin Außerdem sollte eine Königin ihre Kannibalinnen nicht zu lange unbeaufsichtigt lassen Klingt gut Muffington Island ist wirklich heimelig Wenn man das Flugzeugwrack und die Knochen ausblendet Larry, du weißt aber, dass ich dir nicht den perfekten Tag bieten werde Mein Leben wird sich nicht darum drehen Dein Leben so gemütlich wie möglich zu machen Und ich werde nicht den ganzen Tag für dich in der Küche stehen Äh Na komm, wir bleiben romantisch Das habe ich auch nie erwartet Du hast es aber Pi erzählt, oder? Schon Und es ist ja auch nicht so, dass ich das nicht gerne hätte Aber das wäre alles genauso wenig echt wie diese Simulation Tja, Larry Luffer Wer hätte das gedacht? Du bist tatsächlich unter der Haube Und diesmal fällt dir nicht etwas auf den Kopf Und steuerliche Vorteile haben wir jetzt auch Was meinst du, was die Zukunft für uns bereithält? Eine Fortsetzung Eine Fortsetzung Sag nichts, Larry Ich weiß genau, woran du denkst Als wäre ich so leicht zu durchschauen Es wäre egal gewesen Es wäre egal gewesen Ich glaube durch die Simulation hätte man sich noch ewig durchgequält Aber gutes Adventure, Mensch Viel besser als die alten Teile Wie war es denn für euch? Dankeschön Dankeschön Ich muss mich ja nochmal bedanken bei Martha Bei Fluffy und bei Melly für die Hilfe Weil Ich glaube es sonst ewig gedauert Aber der Labyrinthteil hätte nicht sein müssen Weil der war Ich glaube der ist nicht gut Da haben sie ein bisschen übertrieben Ja auch das mit dem In der Simulation mit dem Mit dem Mit diesem Magic Marker Das ist ziemlich undurchsichtig Weil du gar nicht weißt, was du machst Und dann ist da ja noch diese Tiefenanzeige Von dem Damit machst du ja gar nichts Ein bisschen Also Das sind so Partys sind nicht so cool Aber unterm Strich Sehr lustig Also Man muss ja Larry 1 zugestehen Larry ist ja eigentlich Kein Kein zeitgemäßes Adventure in dem Sinne Weil Das Adventure-Genau Das Point-and-Click-Adventure Gilt ja nach wie vor als Tod Und es ist ja meistens immer ein Einstieg Für ein Entwicklerstudio Oder für einen Publisher zu sagen Wir machen sowas einfach mal Ist günstig So Die wissen natürlich Das muss trotzdem irgendwie funktionieren Also sie müssen damit ja trotzdem Geld verdienen Aber ich finde Larry wirkt Trotz alledem Sehr hochwertig Also vor allem Weil es halt Den Humor der alten Larry-Teile transportiert Obwohl es ja eigentlich völlig aus der Zeit gefallen wirkt Was ja aber cool zum Spielprinzip passt Und sie Spielen ja auch damit Und Ach guck an Ist sogar Kuh finanziert Interessant Und Dadurch ist es halt dann schon wieder Sehr sehr lustig Netflix Hart-Bitter-Schoko-Creme Kamillenblüten-Tee Guck mal hier Und alle die Mund-Nasen-Schutz tragen Die Credits sind schon wieder total bescheuert Aber es ist ein geiles Spiel Ja Habe ihn nicht bereut Ich habe beide Teile nicht bereut Sie sind sehr sehr lustig Sehr gut synchronisiert Thank you for playing Ja immer gern Leisure Suit Larry Wet dreams Dry twice Aber es ist ein mega Spiel Trotzdem Also Ich glaube dass jedes Spiel Sich so ein Fehler auch mal erlauben darf Das hast du ja bei jedem Game Es gibt immer ein Auf und Ab Wie sich jetzt der Soundtrack überlagert Und dann beenden wir das mal So Wow Was für ein Spiel Guck mal ja Hinten leuchtet immer noch Irgendwie passt das gut da hin Ich glaube ich lasse es da stehen Ich glaube ich lasse es stehen Ähm Ja das mit dem Labyrinth war echt schlecht Da hätte ich mehr erwartet Aber hey Man kann nicht alles haben Es soll ja auch Es gibt in jedem Spiel Gibt es Höhen und Tiefen Nicht jedes Spiel ist perfekt Also es gibt Ich kenne kein Spiel Ich habe ganz gern Ich spiele nur wirklich viel Kein Spiel ist perfekt Es gibt immer so eine Phasen Wo du denkst Ach nee Bitte nicht Und ich glaube dass das So Phasen sind Die man auch überleben kann Unterm Strich Für beide Larry Wirklich für beide Larry Teile Muss ich sagen Mega gut Und wir haben ja auch Nahtlos angeknüpft An den ersten Das heißt Wir hatten ja auch Ein flüssiger Übergang Das wollte ich ja ursprünglich gar nicht Aber so ergibt die Geschichte Natürlich dann auch Ein rundes Gesamtpaket Muss man einfach so sagen Sie haben es ja auch Direkt so gestrickt Jetzt ist das Gesamtpaket Kann sich sehen lassen Denk ich Dankeschön Martha Ja ist auch schön Ja ist auch schön Also ich freue mich auch schon Auf Ghostbusters Und ich freue mich auch Bei Ghostbusters ist es sehr lustig Und total entspannt Passt trotzdem aber in den Horrorfreitag Freue ich mich schon richtig drauf Und ich freue mich auch auf den Montag Auch wenn der sehr lang ist Weil ich natürlich auch den Humor von dem Von dem Monkey Island mag Und morgen ist erstmal Retro Mit Secret of Mana geht es weiter Das Walgen war noch durch denke ich Oder Also morgen nicht komplett Aber wir werden morgen Hoffentlich ein bisschen Progress machen Und dann Gucken wir mal Ist ja auch eine Weile her Wenn man nur angespielt wieder Und dann nie durchgespielt hat Ich denke da wird eine Menge passieren Viele Rios Viele Rips Ja ich denke mal bei Secret of Mana wird es einige Rips Geben Weil man braucht es bei Secret of Mana So einen gewissen Flow Und der fehlt mir so ein bisschen Finde ich jetzt aber nicht schlimm Ich denke da werden wir mal was schaffen Viele Rips ja Genau das Richter für dich Also morgen um 15.30 Uhr Auf jeden Fall Weil morgen habe ich frei Tatsächlich Zeit für Essen genau Ich habe morgen ab 15.30 Uhr Eingepart Also 15.30 Uhr Ist Retro Mittwoch Mit Secret of Mana Da wird es ordentlich Ecti Ecti Und Dann werde ich morgen Bis dahin die Zeit noch nutzen Und werde noch ein bisschen was vorbereiten Für den Freitag und für den Montag Und Ich hoffe ihr seid morgen wieder dabei Ich weiß ja nicht wie es bei dir ist Fluffy Ich denke mal du musst morgen auch da arbeiten Wie ist denn das bei euch jetzt gerade Ist ja nicht schlimm Es wird eine Weile dauern Also bis Marta fängt um 19.30 Uhr an Morgen Und bis 19.30 Uhr wird es gehen Also von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr Ist eine gute Zeit denke ich Mit einer kleinen Pause dazwischen Heute haben wir ja keine gemacht Und genau Melly zählt für dich die Rippchen mit Finde ich einen guten Deal Kann man nicht meckern In diesem Sinne würde ich Ich würde fast sagen Wir fahren dann Oder leiten Das Ende diesen Streams ein Wie machen wir denn das? Indem ich einfach auf Ende drücke Indem ich einfach auf Ende drücken Indem ich einfach jetzt auf Ende drücken Ich sehe hier vor mir Ende Ende Und ich hoffe dass ihr auch alle Spaß hattet heute Ja bis morgen Bis morgen klingt gut Aber wenn ich es heute nämlich auch Feierabend Mich ist dann erstmal Anti-Rechner Heute Abend glaube ich Denke ich Oder? Ja glaube ich schon Auf jeden Fall wünsche ich euch Oder ich bedanke mich erstmal bei Björn Falls er noch da ist für die Dono Danke Björn Warum auch dieser krumme Betrag Aber danke für diesen krummen Betrag Freue ich mich sehr Ja aber nur durch Also ich finde Bis zu dem Labyrinth war es der Hammer Wow Danke Panda für den Bit Jetzt bin ich wach Und danke für das Lob Gute Nacht an euch Leute Macht mir keinen Blödsinn Wir sehen uns morgen hier frisch um 15.30 Uhr wieder Also wer zumindest schon bereit ist Für den Stream 15.30 Uhr Werds auf jeden Fall nochmal teilen Ähm Ihr habt euch wohl Genießt die anschließenden Streams Falls ihr noch was guckt Oder parallel schon guckt Genießt es Ähm Ich werde jetzt was essen gehen Wir sehen uns morgen Bei mir Bei Martha Bei irgendwo Ich wünsche euch eine wundervolle gute Nacht Und äh Ihr wisst ja Bescheid Und geht mich weiter In diesem Sinne Ciao Und ganz vielen lieben Dank Dass ihr dabei wart Ne Dann geht raus an euch Alle Ansonsten für etwaige Wünsche Anregungen Themen Vorschläge Entweder Kanalpunkte Wenn ihr welche habt Ne So wie Lisa Oder Wenn ihr Anregungen habt Oder Ideen Gerne in Discord Findet ihr auch unten In der Infobox Und Auf der Info Reiter Ist ja ein Info Reiter Ansonsten Eine wundervolle gute Nacht Und Toll Nicht von Penis Uhr In diesem Sinne Genau Diesen Discord meine ich In diesem Sinne Schlaft schön Macht keinen Scheiß Nehmt kein Mais Und Gute Nacht Ciao Ciao Bis morgen Tschüss 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 Tschüss